So, dann würde ich sagen, hallo zusammen und herzlich willkommen in Wasteland 3. Hallo an alle, die live dabei sind und hallo an alle, die das auf YouTube nachholen. So, beim letzten Mal habe ich mich hier noch ein bisschen umgesehen in der Gegend, obwohl wir die Quests hier eigentlich schon erledigt haben. Und bin drauf gestoßen, dass hier Personen stehen. Denen unterhalten wir uns jetzt mal noch alle, also mit allen. Aber vorher, ah, nicht angreifen, abbrechen. Vorher muss ich rausfinden, wie die Steuerung gleich nochmal funktioniert. Denn wir haben ein paar Level-Ups anscheinend, die wir noch verteilen können. Das finde ich gut. Jetzt gucken wir mal. Abraxe, was braucht denn der? Ja, ich muss echt ein bisschen aufpassen. Es gab so ein paar Sachen, die wollte ich im Hinterkopf behalten. Aber das funktioniert immer nicht so gut, wenn teilweise drei Wochen und mehr zwischen den einzelnen Spielen liegen. Deswegen ist das immer schwierig. Katka, danke schön für zwei, zwei Jahre abonnieren. Meine Güte, zwei Jahre. So lange ist es schon her. Das erste Abo von Katka hier auf Twitch. Crazy. Die Zahl vergeht so schnell, oder? Dass ich jetzt auch den YouTube-Kanal seit fünf, sechs Jahren oder so ungefähr, ich weiß es nicht mal, was schon so lange her ist, mache. Ist auch crazy. Gefühlt würde ich sagen, drei werden es schon schön langsam. Aber nicht sechs. Na ja, so ist das. Äh, genau. Was wollte ich hochleveln? Vielleicht ein bisschen Glück. Glück kann man immer brauchen. Ja. Oh. Ach. Ach, intelligent ist kritische Treffer-Chance. Aber was ist denn dann ein Glückstreffer? Das ist doch auch ein kritischer Treffer. Ah ja, es gibt quasi kritische Treffer durch Intelligenz und kritische Treffer durch Glück. Ich verstehe. Glaube ich. Okay. Okay. Ansonsten Waffen gibt es ja für ihn jetzt nicht, die wir irgendwie auf der hohen Kante haben, ne? Die wir nur für ihn aufheben. Ich könnte mich nicht erinnern. Ne, ne. Ja, weil, wisst ihr was, dann kriegt ihr jetzt ein bisschen mehr Glück. Aber die Nation ist jetzt voll. Wobei, ne. Wobei, ne. Ah ja. Okay. Passt schon. Nehmen wir. Kaching. So. Mehr Tierflüsterer. Ich kann mir halt vorstellen, dass man später im Spiel, weil man das so hoch hochleveln kann, dass man wirklich später im Spiel sehr krasse Tiere trifft. Und wenn dann Abraxe kommt, wenn wir zum Beispiel die rote Ziege treffen, und wenn dann Abraxe kommt und sagt, hey, cool bleiben, wir sind jetzt Freunde, und dann haben wir die rote Ziege im Team. Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre der Hammer. Okay, Tierflüsterer, dann machen wir das, oder? Wäre Waffen und harter Hund ist schön und gut, aber dann spare ich jetzt die Punkte auf Tierflüsterer. So machen wir es. Hallo, Leppel, wie geht's? Hallöchen. Okay, ich spare die Punkte noch. Aber wir dürfen uns einen neuen Vorteil aussuchen. Wir haben schon alle Tierflüsterer Vorteile. Wir könnten echt mal auf schwere Waffen gucken. Was ist denn da der höchstlichste? Der absolut höchstlichste, den wir haben. Äh, sie wollen sich in ihrem Fahrzeug verstecken. Überhitzt das Fahrzeug deines Gegners mit dem Flammenwerfer. Ich meine, wir haben theoretisch einen Flammenwerfer. Flammenangriffe. Kann das sein, dass das sehr stark auf Flammenwerfer ausgelegt ist? Nee, hier sind Raketen. Oder so. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Mit schwerem Maschinengewehr, das doppelt so viele Kugeln verbraucht. Gegner in dem Gebiet erleiden geringeren Schaden, sind unterdrückt, weil sie gelang Kampfgeschwindigkeit senkt, Pfefferschuss. Nein, sowas finde ich immer. Sowas macht Abraxe nicht. Abraxe ist nicht der, der irgendwie mit Unterdrückungsfeuer die Gegner irgendwie in ihre Deckungen... Das ist der, der die Deckungen samt Gegner, samt Wand dahinter und samt Teamkameraden im Weg einfach wegbolzt. Da gibt's keine strategischen Unterstützungsfeuer. Da wird so lange drauf gehalten, bis nix mehr übrig ist. Das ist nicht die richtige Fähigkeit für ihn. Erhöht Kampfgeschwindigkeit in der ersten Runde des Kampfes, wenn du schwere Waffen verwendest. Hey, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Das nehmen wir. Okay, dann hätten wir hier noch Basti mit dem Schweinekopf. Der kriegt jetzt seinen letzten Punkt Koordination für mehr Aktionspunkte. Das ist gut, braucht er nämlich. Aber reicht das, damit er zweimal schießen kann pro Runde? Ich weiß es nicht. Ich meine es einfach nicht. Dann habe ich versehentlich die falsche Taste genommen. Okay, Arschkriecher, Scharfschützen, Gewehr, Erste Hilfe. Habe ich da nicht bessere Leute? Hier, die Lucia. Die ist besser im Waffenmodifizium. Das ist tatsächlich der Rüstungsmodifizium. Er ist auch unser Arzt. Er ist noch kein sehr guter Arzt dafür, dass er unser einziger Arzt ist. Aber andererseits hätte ich ihn auch lieber gern als perfekten Scharfschütz. Arschkriechen kann er schon sehr gut. Das brauchen wir nicht noch. Zumindest vorerst nicht. Also auch hier sparen wir. Kommen wir mal zu den Vorteilen. Da haben wir ihm ja schon einige geleert. Aber was haben wir denn hier? Das kann er noch nicht. Reduziert die Ausweichrate von Gegnern um 15% um minus 15%. Aber wenn es die Ausweichrate von Gegnern um minus 15% reduziert, dann erhöht es doch die Ausweichrate um 15%. Das kann ja nun wirklich keiner wollen. Ich schätze mal, dass er einfach doppelt verneint wird. Versehentlich. Das reduziert müsste man schon, oder? Müsste man eigentlich schon so lesen. Wenn etwas um minus 15% reduziert wird, dann wird es um 15% erhöht. Naja. Markierte Ziele erhalten außerdem plus 50% Schaden durch Präzisionsschläge. Das klingt doch voll gut. Warum haben wir das denn noch nicht gelernt? Jetzt haben wir es. Aha. Dann haben wir hier noch den Marshal Knoe. Der kriegt jetzt auch seinen letzten Punkt Koordination. Das kriegen wir mal alle. Alle volle Koordination. Weil warum denn nicht? Und außerdem... Ja, voll auf automatische Waffen, oder? Ich kämpfe gerne und ich kämpfe viel. Ich sollte mein Team Kämpfern machen. Aber ich benutze auch gerne Dialogoptionen, die ich... nur aufgrund von Fähigkeiten benutzen kann. Und dann ärgert es mich, wenn ich irgendwelche Dialoge nicht nehmen kann. Nur weil jemand nicht gut genug Arsch kriegt. Genauso ärgert es mich, wenn ich irgendeinen Floss nicht öffne. Ich möchte, dass das Team einfach perfekt in allem ist. Und fertig. Beim Kämpfen dreht sich alles um Dynamik. Wenn du dich mehr als 5 Felder bewegst, kostet der nächste Sturmgewehr oder Maschinenpistolenangriff keine AP. Das... Hey, das vergesse ich. Im nächsten Kampf habe ich es leider schon vergessen. Aber das ist super. Martial Known. 5 Felder bewegen. Mehr als 5 Felder. Also 6 Felder, oder wie. Dann kann der kostenlos schießen. Das ist ja echt klasse. Naja, das klingt zumindest echt super. Und dann hätten wir hier noch natürlich... Schauen wir mal. Ah, die mit ihren Pistolen, ey. Die hat einfach keine Reichweite. Und Reichweite kann ich auch nicht... Reichweite, das liegt an der Waffe, ne? Das hat, glaube ich... Kein Stat hat da Einfluss drauf. Glaub ich. Na, schönchen. Die hat auch keine Aktionspunkte. Bei der können wir nur eine Fähigkeit wählen. Bei der spare ich wahrscheinlich. Ja? Kann das sein, dass ich da spare gerade? Jo, okay. Fertig. Dann reden wir jetzt mal mit den ganzen Personen hier. Zum Beispiel mit dem... Dann fangen wir mal hier an. Mit dem Händler. Ananda Rabindranath. Ah, hallo. Ähm. Haben wir mit dem schon geredet? Ich. Ja. Mal schauen. Wir haben den Menschen im Bizar geholfen. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? So, ich habe gehört. Du hast both Grace and Charity gezeigt. Es wird mir Freude für deine Organisation sein. Ach. Gib mir nur ein bisschen Zeit, um meine Dinge zu sammeln. Und ich will dich dort sehen. Ach, ich weiß es. Das war der, der uns ganz am Anfang begrüßt hat. Und uns gesagt hat, hey, ihr müsst irgendwie... Wieso da das oder jenes machen, damit ihr da reinkommt. Und jetzt ist er unser Freund. Nice. Cool. Der gehört jetzt zu uns. Den treffen wir dann beim nächsten Mal in unserem Team. Ich dachte, du hattest, du hattest einen Mann, der uns inbekommen könnte. Der wird durch. Der große Gern ist bereit, um die Flüge des Zukunfts zu eröffnen. Um die Schraube des Unkommens zu eröffnen. Um deine Glück zu erzählen. Bei dem waren wir doch auch schon. Auf Wiedersehen. Aber ich habe hier noch nicht mit allen geredet. Oder etwa doch. Die heißen alle behoffnungsvoll. Ah, hier haben wir. Den Paris-Händler. Hi. Oder die. Hallo. Hallo. Ja. Ich bin Paris. Ich versuche, mich in das Bizarre zu verkaufen, um meine Dyes zu verkaufen. Gleich wie du, wie ich erinnere mich. Aber ich bin in das Bizarre zu verkaufen. Nicht die Dyes. Obwohl du Dyes zu verkaufen hast. Das ist total cool von mir, wenn du das machst. Weißt du irgendwas zur Flüchtlingssituation? Flüchtlingssituation? Ich weiß nicht über das. Ich meine, jeder hier sieht wie sie sind Flüchtlingssituation. Hast du uns gesehen? Es kohle hier. Probierst Ananda. Er ist ein wirklich gut gegründeter Typ. Er kommt hier viel zu sprechen, die Wälde oder so. Er kennt jeder. Und was machst du hier? Ich versuche, um ein licenster Merchant in der Bizarre zu werden. Der Monster Army sagt, ich muss eine Dyes zu machen, die gleiche Farbe zu machen. Das ist schwer. Weil jeder hat eine Meinung, aber niemand kann auf die Hühre. Hey, uh, du wirst nicht wissen, dass du nichts über Dyes, was? Es wäre nur Peaches, wenn du dir helfen kannst. Ich könnte dir sogar ein bisschen bezahlen. My Dye Table ist genau da. Was will die Monster Army denn mit einer blutroten Farbe? Dekoration, ich glaube. Oder, uh, ich weiß nicht wirklich. Ich dachte nicht, ich wollte es fragen, um ehrlich zu sein. Sie? Sie hoffen, dass jemand ihnen einen Entrance verhängt. Oder sie helfen, sie reinzukommen. Die Bizarre hat so kalt, du siehst. Unless du ein Big Shot, Flab kann nicht ohne. Du kannst nicht in die Mischung kommen. Anyhow. Auf Wiedersehen. So lange. Ich soll jetzt hier Farben machen, oder was? Der Tisch vor euch wurde sorgfältig von Paris für die Mischung in Italien vorbereitet. Jeder Behälter ist mit der darin enthaltenen Chemie in Italien gekennzeichnet. Und es gibt verschiedene Hilfsmittel zum Umfüllen und Mischen. Ah, verrückter Wissenschaftler 6. Sehr gut. Ihr benutzt euren chemischen, euer chemisches Fachwissen, um den blutroten Farbstoff herzustellen, den Paris gesucht hat. Cool. Aber es wäre doch nicht verrückter Wissenschaftler, wenn nicht irgendwas dabei, Monströses dabei rauskommen würde. Ihr mischt die richtigen Chemikalien geschickt, um einen wunderschönen purpurroten Farbstoff zu erzeugen. Dieser scheint ganz der zu sein, nach dem Paris sucht. Der Tisch vor euch wurde sorgfältig... Achso. Ja, okay. Dann hören wir auf, Mann. Geh dich mal zurück und gib Paris. Hey, es ist du wieder. Ja. Ich hab den Farbstoff, den du brauchst. Wahrscheinlich. Was hast du getan? Oh, oh, Daze. Das ist perfekt. Danke, danke. Das bedeutet, dass ich jetzt ein Bonafide Bazaar-Merchant bin. Right, Mr. Masher? Ja. Das Dye sieht gut. Willkommen zum Bazaar, Paris. Ich werde der Schauspieler wissen, dass du klar bist. Und er wird dir ein pass. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber hier ist ein bisschen was. Oh, und das bedeutet, dass ich für jemanden für jemanden kann. Hey, wenn du in die Bazaar gehst, sagst du ihnen, dass der Paris-Handler sagt, dass du okay bist. Sie werden dich in, genau so. So lange. War gar nicht notwendig. Oh, gut. Reden wir mal noch mit der... Aber wahrscheinlich... Okay, genau. Okay. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Dann laufe ich mal da lang. Was ist denn los? Oh, da ist ein Papagei, der Polly heißt und der auf der Stille fliegt und awesome ist. Und der gehört anscheinend zu Sechsfinger Larry. Hat der Sechsfinger in einer Hand oder insgesamt Sechsfinger? Mal schauen. Hallo, Strangers. Name Sechsfinger Larry. Hunter. Das ist ein Interessant aussehender Papagei. Ist der zu verkaufen? Him? Na gut, also wenn ich Polly kaufen wollen würde, muss ich mit Polly reden. All right, it's your funeral. Hey Polly, you hear that old buddy? These fine folks would like to adopt you. How's that sound? Larry, my buddy, my pal. Come closer. I'll show you how it sounds to me. Larry sich nähert, beißt Polly ihm fest in die Nase. Oh, shit. Damn it. That's how it fucking sounds to me, Larry. Sounds like some fucking bullshit. Wasting your time with this asshole. Talk to Polly. Talk to Polly. Okay. Also, Polly, wie geht's dir? How am I doing? How am I fucking doing? Great question, dipshit. I'm doing great. How are you doing? You look like a moose fucked your face inside out. Listen, shit for brains. Someone has to stick around to make Larry's life miserable. That's my job. I love that job. You hear that, Larry? Fuck you. Okay. Jetzt verstehe ich, was der meint mit. Der hat eine Attitude. Ähm. Hättest du nicht mehr Spaß daran, durch Colorado zu reisen und alle unglücklich zu machen, statt nur den armen Larry hier? Ähm. I... Well, shit. You're right. You're circus reject. Äh. I mean, you look like someone graffed in a squid. To a disease vulva. Baa. But when you're right, you are right. Hey, Larry. I'm leaving. Alright. He's yours if you pay the price. This sounds about fear. Don't you think? Ich glaube, du willst mich hier ein bisschen... Du willst mich hier ein bisschen abzocken. Ich glaube, wir haben doch schon geklärt... ...das Polly nicht dir gehört. Ich soll mal bitte einen Preis für so einen schönen Papagei finden. Ich schraubere mich auf, wie ein Thanksgiving-Turkey. Das wird nicht funktionieren, Rangers. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Waaah. Oh, f*** mich mit einem Turkey-Pastor. It is working. Hey, shithead Larry. You charge my new friends. I leave another shit supreme surprise in your breakfast. You got it, asshole? Waaah. Holy shit, Polly. Calm down. Alright. You know what? Since you seem to be getting along so well, you can have them. It's your funeral. Yes, finally free at last. Hahaha. Larry. Larry, you shitflake. At last I can tell you with complete sincerity. ready? Ready? Ah, gyo! Okay. Und jetzt ist er in unserem Team, oder? Ja, aber... Aber ich verstehe nicht. Ähm... Ist jetzt ein Tierbegleiter, aber zu wem gehört denn der jetzt? Okay. Katze und Hase haben wir hier einmal. Katze und... Das ist wahrscheinlich Larry. Kühnes Küken. Ausweichen plus 5%. Lass dir nicht die Federn zerzausen. Okay. 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 Ich glaube, wir müssen bei ihr unbedingt Tierflüsterer hochstufen. Wir brauchen einfach anscheinend zwei Tierflüsterer im Team. Hilft nix. Ja, es hilft nix. Okay, cool. Dann haben wir jetzt eben Major Tomcat, Larry, den fluchenden Papagei im Team. Das ist schon ziemlich gut. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte die lieber bei Abraxe. Bei Abraxe hat die coolen Bonis für Tierbegleiter. Die hätte ich gern bei den wichtigen Tierbegleitern, dass denen nix passiert. Na, jetzt speichern wir erst mal. Nein, hier, schnell speichern. Ah, danke. Jetzt reden wir noch mal mit dem hier. Haben die anderen eigentlich auch Namen? Larrys Jäger und Larrys Jäger. Nee, dann eher nicht. Hey there. I hear you fine folks made short workers of crazy clowns down in the Warrens. Rangers was it? Yeah, mighty fine job. Warum nennt man dich eigentlich Sechsfinger Larry? Ja, die Frage, wegen der ich anfangs überhaupt gegen ihn geredet hab. Das ist sehr schön. Hallo, der Dumm-Dum. Wie geht's? Willkommen. Äh, warum nennt man dich Sechsfinger Larry? Sechsfinger Larry. Wer weiß. Ich habe nur fünf Fingern auf jeden Fall. Gleiches als jemand anderes. Ach. Okay. Vielleicht hat es etwas mit dem Fakt, dass ich gut mit meinen Händen bin. Ich bin nicht der Typ, der küsse und küsse. Weißt du etwas über eine Gruppe von Schmuggler, die Flüchtlinge durch das Gebiet hier bringen? Nur so, dass sie mehr Geld machen, als ich mache. Bastards. Aber um zu answer your question, naah, ich bin ein honest Businessman. Ich habe keine Zeit mit Kriminalen. Warum probierst du den Manta-Rite? Ja, der mit dem Kuss. Er weiß alles über die lokale Lohleifung. Wir hatten gehofft, wir könnten die... Ne, wir haben eigentlich keine Fragen mehr. Da. Aber... Aber ich weiß jetzt nicht, was wir hier tun, ehrlich gesagt. Ah, warte, wir waren noch nicht überall. Wir haben nämlich hier noch eine Quest. Wo ist denn mein... Ich habe doch bestimmt irgendwo meine Missionen. Jetzt gucken wir mal. Zwei ziemlich niedrig-levelige. Na gut, okay. Alle Rekruten für unser Hauptquartier finden, wird wohl einfach so dauern. Die Menschenschmuggler zur Rede stellen. Ja, genau. Das würde ich gerne machen. Dann kriegen wir einen Mechaniker. Und 100 Dollar. Und einen Monocle. Ich mache es nur für den Monocle. Im Bizarre reisen, um die Muggler zur Rede stellen. Ja, aber ich war doch... Im Bizarre habe ich niemanden... Aber wie gesagt, jetzt schauen wir uns kurz mal draußen noch um. Denn uns läuft ja auch immer noch hier dieser komische Yakuza-Kerl nach. Und ich weiß nicht, wer das ist und warum uns der nachläuft. Ich habe den aus einer Gefängniszelle befreit. Und jetzt ist es unser... Was? Das ist... Ich weiß nicht, wenn ich nicht... Ich war nämlich noch nicht da oben. Und ist da drin nicht. Ich weiß nicht warum. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil wir hier nicht weiteres reinkommen. Und leider, okay. Aha, aber was ist denn das? Das sieht doch... Ähm... Ähm... Ja, wie sieht denn das aus? Ein riesiger, aufblasbarer Gorilla. Ich muss das zwar echt nicht gerne... Ich glaube, ich schieße mal auf den. Geht irgendwie gar nicht so. Oh. Ja, der soll Gäste abschrecken. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht kaputt machen und dann... Aber scheinbar nicht. Aber wir sind da vorne noch nicht über die Brücke gegangen. Und zwar wirklich noch nie nicht, glaube ich. Ah, die stehen da mit Raketenwerfer und so. Ah, ist das. Ähm... Aha, aber ich glaube, wir sind hier richtig. Eventuell. Äh, seid ihr zufällig die Leute, die Flüchtlinge nach Colorado Springs schmuggeln oder geschmuggelt haben? Ich würde gerne eigentlich noch ein bisschen einfach mit denen reden, weil ich meine... Ich weiß ja nicht genau, was sind die Motive und was sind die genauen Hintergründe. Und vielleicht ist das ja absolut notwendig und sogar gut, was die hier machen. Aber... Ich würde wirklich nur gerne reden. Das klingt gut. Na, das klingt nicht so gut. Neue Targets kommen. Dammit! Müssen wir jetzt echt gegen die kämpfen? Naja, ich meine, keine Ahnung, dann... Dann geht's wohl nicht an. Oh ja. Jetzt pass auf. Für was haben wir den Fallen Crusader? Der wird jetzt mit seinen Fähigkeiten diesen Geschützturm... Es gibt zwei hier. Oh Gott. Hacken. Ach, dafür muss er hinlaufen. Oh, das wusste ich. Aber... Es hat funktioniert. Und er hat noch genug Aktionspunkte, um in Deck rumzugehen. Perfekt. Das ist schon mal echt gut, glaube ich. Ich würde das als Erfolg werden. Marshall, no! Fünf Felder musst du... Über fünf Felder musst du gehen. Eins, zwei, zählt das jetzt? Ich weiß nicht genau, wie das zählt. Wahrscheinlich die AP, die angezeigt werden. Wenn er jetzt hier hinrennt, dürfte er einmal kostenlos schießen dürfen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das werden wir jetzt mal testen. Hat der die richtige Waffe ausgerüstet? 10 bis 12 mal 6 ist mehr als 10 bis 14 mal 5? Ja. Ich denke wahrscheinlich schon. Ich glaube, das Geschütz gehört jetzt wirklich mir. Ich glaube, das ist jetzt mein Geschütz. Aber ich bin mir selber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube. Okay. Schieß mal nicht auf das Geschütz. Ah, ein Öltank. Auf den schieße ich. Das ist, glaube ich, gut. Ha! Ja. Okay. Genau. Und jetzt darf er tatsächlich nochmal schießen. Der dürfte jetzt wirklich einmal kostenlos schießen. Das ist schon toll. Okay, das ist echt gut. Das merken wir uns. Oh, Marshall, no. Es tut mir leid. Ich habe ihn hinter. Ein rotes Fass, ey. Ein... Mann, ey. Also, als ob ich zum ersten Mal hier irgendwie ein Videospiel spielen würde. Hinter rote Fässer in Deckung gehen. Das ist keine gute Idee. Aber es sieht fairerweise, es ist ja schmutzig, ne? Man könnte es fast mit so einem blauen Fass verwechseln. Naja. Das wird schon gut gehen. Oder? Die werden das sicher nicht ausnutzen. Das wäre ziemlich gut. Okay, mit ihr haben wir leider keine Reichweite. Aber sie könnte... Ne, kann sie nicht. Ich kann die Übungspunkte für die nächste Runde aufschauen. Abraxe! Es ist Partyzeit. Ja, aber so richtig weiß ich nicht, wohin mit meinen ganzen Leuten. Na, gehen Sie mal Abraxe da hin. Hütz. 30 Prozent, 70 Prozent. Das nehmen wir. Der ist weg, glaube ich. Okay, einer weniger. Das ist doch auch nicht schlecht für die... Idolem! Idolem, wir sind halt jetzt weit weg vom Gegner. Oh, der kann sogar einen angreifen. Der steht dann voll in der Hitzone. Und das wird... Aber Idolem schafft das. Wenn das jemand schafft, dann Idolem mit seinem neuen Brecheisen, das sowohl vergiften als auch bluten zufügen kann. Yes! Ja, da wird es nicht für den zweiten Angriff reichen, genau. Aber hey, immerhin. Ist schon gut. Und... Hier haben wir Basti, unseren Sniper. Der geht mal in Position. Der muss von hier aus auch nicht mehr weiter. Ich kriege immer Bock, Hotline Miami zu spielen, wenn ich den so da sehe. Äh, der muss sich auch hier wahrscheinlich gar nicht mehr wegbewegen. Oh ja, da hatten wir einen Raketenwerfer. Das... Da habe ich... Das ist... Verdammt! Das ist gefährlich. Ähm... Haben wir hier irgendeine tolle Fähigkeit, die uns hier rettet? Äh... Vielleicht... Vielleicht... Präzisionsschuss. Verursacht Bonusschaden. Schenkt die Trefferchance des Ziels. Ja, ich ziele auf die Arme und hoffe, dass er dann seine Rakete sonst irgendwo hinschießt. Das werden wir jetzt mal versuchen. Das geht's. Verkrüppelt. Das klingt doch schon mal gut. Also für uns. Für ihn jetzt nicht so. Glaub ich. Okay, jetzt schauen wir mal, ob jetzt gleich alle sterben oder ob wir ein bisschen noch Zeit haben. Ach, guck, jetzt greifen die tatsächlich mein gehacktes Geschütztürm-Ding an. Das ist cool. Jawohl, sogar das andere Geschütztürm. Auch wenn das Geschütztürm jetzt kaputt geht, ist das super. Nur Idole im Krieg, wie ich schon befürchtet habe, ein bisschen sehr viel ab. Yes. Ah ja. Ist jetzt quasi ein NPC. Ist zwar mein Freund, aber quasi nicht von mir gesteuert. Wie mein Tierbegleiter. Hey, Raketenwerfer-Heinz hat überhaupt nicht geschossen. Ist der wirklich so verkrüppelt, dass er nicht mehr schießen kann? Das finde ich nett jetzt so aber von dem. Oder ich befürchte, mein ursprünglicher Plan, nachdem ich beide Geschütztürme hacken wollte, funktioniert überhaupt nicht, weil die Fähigkeit bestimmt einen Cooldown hat. Er hat zwar nur eine Runde, also eventuell greife ich mal erst andere Gegner an, bevor ich den Schütztürm noch mit angreife, weil den könnte ich ja noch mal brauchen vielleicht. So, Idole, keine Ahnung, hau den einfach weg. Wobei, die stehen so schön beieinander. Da jetzt eine Granate rein oder sowas. Idole, was hast du denn eigentlich schon im Inventar? Eine Granate? Na, das ist ja ein Zufall. Was hältst du denn davon, wenn wir die... Ah, schade. Ja? Ja? Ah, ah, nicht gut. Was hältst du davon? Ne, trifft er die unten? Leider nicht. Ich würde gerne alle vier treffen, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich muss schon froh damit sein, wenn wir... ...die drei treffen und uns selber nicht dabei töten. Und so... Ne. Saublöd. Saublöd. Idole, gehen wir ein bisschen in Deckung. Ich weiß schon, du bist Nahkämpfer und so. Eigentlich nicht dein Style, aber... ...für den guten Zweck heute mal. Ja, alle vier treffe ich nicht, kann ich vergessen. Aber das ist auch schon nicht schlecht. Und das geht's. Ach, schade. Naja. Verteidigungsmodus. Und jetzt kommt Abraxe. Und trennt hier hoch und bleibt einfach ohne Deckung stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber vielleicht hat Abraxe auch noch eine Handgranate, die er gerne da hochwerfen würde. Weil das bedeutet ziemlich sicher schon mal zwei Tote da oben. Das ist super. Kablamo. Sehr schön. Jetzt riesen wir vielleicht einfach noch... ...auf. Ah, das ist ein bisschen wenig, ne? Vielleicht nehme ich einfach eine Heilung. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich darf mal unser... ...unser Wärter Herr Sniper snipen vielleicht. Das Sniper ist des Sniper's Luft. Ah, den könnten wir ziemlich sicher abstauben. 95-prozentige Treffer-Chance. Der ist weg. Schade. Aber immerhin. So, außerdem hätte unser Fohlen Crusader, wenn er jetzt wenig hätten kann, einen Raketenwerfer hier im Angebot. Ah, aber keine Munition mehr für den Raketenwerfer. Na, das ist schlecht. Aber warte mal, ich habe irgendeine Fähigkeit. Feuere eine Nuklearrakete ab. Die eine Strahlungswolke hinterlässt. Ha, ha, ha. Ich habe noch... Ich habe... Er hat noch eine alte Nuklearrakete in seiner Hosentasche gefunden. Na dann. Aber da treffe ich jetzt auch wieder nur... Höh, irgendwie komisch. Aber den Raketenwerfer-Kerl würde ich mit einer 5-prozentigen Wahrscheinlichkeit treffen. Was eine gute Idee ist. Ich weiß nicht... Ah, warte mal, hier. Oben stehen auch noch welche. Ich weiß es nicht. Ich... Ich schieße einfach mal auf den da. Los geht's. Testen wir einfach mal den Skill. Ich kannte den bis jetzt gerade gar nicht. Ich wusste nicht, dass wir den haben. Los geht's. Wie mache ich denn das jetzt? Los, bestätigen. Geht irgendwie nicht. Geht's doch nicht? Weil ich keinen... Lohn dafür habe? Oder was ist los? Oh, jetzt schießt er! Hm. Ich konnte irgendwie nicht da hochschießen aus irgendeinem Grund. Ach, Mann, ey. Da wollte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht hinschießen. Aber ist schon okay. Ist... Ist schon okay. Wann können wir Marshal Known noch mal aus der Schusszone ein bisschen bewegen? Also vom Sprengfass weg bewegen, besser gesagt. Oh! Den haben wir denn hier? Ach, das sind wahrscheinlich die Flüchtlinge, ne? Denen müssen wir natürlich schon auch irgendwie helfen. Wenn wir hier mit den Schleppern fertig sind. Ja, wie gesagt. Den Geschützturm will ich fast echt leben lassen. Auch wenn es vielleicht eine doofe Idee ist. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann den jetzt ähnlich in einer Runde zerstören. Und dann hack ich in der nächsten Runde lieber einen voll funktionsfähigen Geschützturm. Ich kann den Schleppern nicht mehr aufbauen. Keine Munition mehr? Warum wurde ich nicht informiert? Oder lange? Moment. Grundsätzlich keine Munition mehr. Ich habe doch gerade nachgeladen. Oh, wir haben wirklich grundsätzlich... Ja, da nehmen wir die Schrotflinte zur Hand. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auch keinen treffen. Ja, obwohl... Leider sehe ich es nicht, weil irgendwie die Kamera... Ach, guck, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit. Na, immerhin. Ist zwar nur ein Kratzer. Ich habe die halbe Deckung mitgenommen, aber cool. Machen wir nochmal. Na, guck. Mit ihrer Schrotflinte. Hätte ich das mal früher gemacht, jetzt hat er keine Deckung mehr. Jetzt könnte man ihn wegsnipen, aber sie ist leider die letzte im Team. Nein, nicht ganz. Wir hätten dann noch einen Abraxe im Angebot. Na, 71% sieht doch schon besser aus als 30% oder was er vorher hatte. Yes! So viel für der Raketenbedrohung. Super. Super gut. Autsch. Autsch! Autsch! Ach, nee, ist das schlimm. Oh! Dammit. Ich bin tot. Für medische Beobachtung. Jesus, du bist so auf einem weinen Fuß. Polly beschimpft unsere Gegner. Polly ist schon toll. Ach ja. Jetzt muss irgendwer die Lucia retten. Fallen Crusader ist unser Arzt, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Der ist aber gleichzeitig unser Hacker. Und Lucia hält noch ein bisschen durch, diesen Profi. Dann hacken wir doch erstmal den Geschützturm. Und dann reicht es hoffentlich noch, dass ich sie wieder erwecken kann. Da-da-da-da. Jetzt ist er freund. Dann noch wieder erwecken. Perfekt. Perfekt. Die Lucia hält nix aus. Die hält einfach nix aus. Bauen wir uns mal ins Tim-Pack rein. Das könnten wir hier einfach. Äh, lass nicht zu. Ein doppelte Anzahl Kugeln abfeuert, aber weniger Trefferchance. Ich weiß nicht genau, ob das sind. Oh, schade, dass wir jetzt nicht die... Oh, die würden so gut stehen jetzt für einen Schroppflintenschuss. Ah, wir können noch einmal schießen. Oh, das ist ja der Traum. Das ist ja super. Jetzt habe ich einem die Deckung weggeschossen und beide leicht angekratzt. Sniper, wie sieht es denn aus? Können wir da nicht was machen vielleicht? Zu wenig Aktionspunkte. Schade, es reicht einfach nicht. Ah ja, da hinten ist auch noch ein, oder? Ja, was machen wir denn jetzt noch mit dir? Naja, ich würde sagen Aktionspunkte sparen, damit wir dann in der nächsten Runde wieder zweimal schießen können. Aber war das gerade ein kritischer Treffer? Habe ich das richtig mitbekommen? Jawohl, das war... Und was für ein kritischer Treffer. Ja, viel kritischer wird es nicht mehr. Sehr gut. Haha, ich habe es befürchtet. Ich habe genau das befürchtet. Ich wusste es und habe es trotzdem gemacht. Ah, verdammt nochmal. Das war nicht gut. Ah, jetzt mussten wir nachladen. Nein, das ist so gemein. Das ist wirklich gemein. Wer kann denn damit rechnen? Wer hat denn immer den Munitionsstand im Auge? Nein, keine Granate. Ich bin aber zum Glück nicht so schlimm. Beschützturm, du bist dran. Ach, verdammt, das stimmt noch gar nicht. Ey, du bist jetzt auf meiner Seite. Das waren Querschläge. Der Geschützturm wollte es nicht. Aber trotzdem, jetzt ist die Lucia schon wieder am Boden. Wie oft muss ich denn die jetzt noch heilen? Die hat schon alle möglichen permanenten Verletzungen, die man haben kann. Also ich habe die ja schon öfter zusammengeklickt auch. Ah, okay. Wetten wir mal schnell, Abraxe. Abraxe, willst du dich rächen? Kannst du nicht, oder? Nee, ist eh besser so. Weil du solltest dir lieber ins Dimpel reinpfeifen. Oder lahm. Wie sieht es hier aus? Keine Munition mehr! Ich habe echt Munitionsmangel. Braucht mal einen Händler. Ach so, nee. Da haben wir grundsätzlich haben wir. Ach. Wir können niemanden treffen. In der Position, Bubi. Außer den Geschützturm. Müssen wir leider unsere Position wechseln. Wärts schon besser aus. War nur ein Streifschuss, aber immerhin. Besser als nix. Oh Mann, ey. Keiner hat mehr Munition. Das gibt's doch nicht. Ja, dann stehe ich jetzt doof da. Hätten auch Schrumpfgranaten. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Okay, no. Hau den weg, bitte. Mehr weghauen. Mehr weghauen. Dampf nochmal. Der hält aber was aus, der Kerl da. Ja, furchtbar. Autsch. Danke, der Geschützturm. Danke, Major Tomcat. Sehr gut. Wir zermögen den schon. Holdi, du schaffst es. Holdi und der Hase sind... Oh, der Geschützturm ist wieder böse. Er ist nicht mehr gehackt. Aber jetzt darf Idolem sich erstmal hier rächen. Ach, haha. Come on. Na, also. Danke. Hau da daneben auch noch. Come on. So. Sniper. Könntest du dich noch ein bisschen anschieben? Nein. Komm schon. Warum denn? Muss das sein? Der Fall Crusader kann jetzt gerade... Der hat keine Waffe mehr mit Munition. Der könnte den Geschützturm nochmal hacken. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ansonsten wüsste ich es jetzt echt nicht. Rumpfgranaten. Was ich in der Kulture, das lief ganz gut. Mein Gott, der Geschützturm kann gar nichts. Jawohl, Hasenkick. Und Polly Attacke. Von Polly. Bitte, nicht uns hier. Von einem Hasen und einem Papagei wurde er niedergestampft. Super. Absolut super. Okay, looten wir mal schnell. Ein Hase und ein Papagei. Das ist toll. Okay. Wir haben hier zerstörte Kühlkörper. Nehmen wir mit. Und Schlamm. Bisschen Munition. Den Nachkampfer, für den ich nicht brauche. Noch eine Nachkampfer, für den ich nicht brauche. Irgendwelche Sensoren. Gewehr, das wir, glaube ich, auch nicht brauchen. Stimpack. Oh. Was ist denn das? Red Tag Panzerung. Level 5 Brust. Benötigt Stärke 4. Das ist nicht so schlimm. Und hat eine gute Panzerung. Das könnte für irgendjemanden auf jeden Fall nützlich sein. Außerdem haben wir Schlüssel zum Schmugglerlager. Bitte schön. Ja. Munition. Geld. Und noch so ein Gewehr. Oh, cool. Wollen wir uns mal noch ein bisschen um, was wir hier noch so finden. Bevor wir zu den Flüchtlingen gehen. Alkoholkiste. Alkohol. Werkzeugkiste. Mit Werkzeug und Hüll. Munitionskiste. Mit Munition. Wer hätte das gedacht? Ein Save. Schloss knacken 7. Kein Problem für Idole. Er knackt jedes Schloss. Oh, was haben wir denn da? Ein Football-Helm. Hä-Hä-Hä-Hä-Hämmel. Helm. Der gar nicht schlecht ist. Panzerung 4. Status-Effekt. Resistenz. Plus 10%. Das ist, glaube ich, echt nicht gut. Äh, schlecht. Und dann haben wir hier noch eine Waffenkiste. Mit einem Revolver. Der aber schon ganz gut Schaden macht. Müssen wir mal gucken, ob das was für die Dingsi-Bumzi. Unten ist eine Rüstungskiste noch. Bitte öffnen. Irgendwer? Hallo? Kiste öffnen. Oh. Soldatenhelm, Level 15, Trefferschance und Panzerung und Soldatenhosen. Hey. Ich glaube, wir finden, dass das ist, hey, Jo, glaube ich. Ich glaube aber sowas von Jo. Oder so. Schauen wir jetzt gleich mal in unser Inventar. Meine Güte, ist das viel Neues. Okay, okay, okay. Eins nach dem anderen. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Erstmal. Ah, nein. Das nervt mich so. Ich habe jetzt einmal versehentlich die Kategorie gewechselt. Und jetzt wird mir das Neue schon nicht mehr als neu angezeigt. Da ist das Spiel so gnadenlos. Na gut. Ich kann mich ja noch einigermaßen erinnern. Marshall, no. Wie sieht es aus mit den Gewehren? Sind die was für dich? Glaube nicht. Ups. Die Controllersteuerung in dem Spiel ist nicht perfekt. Nein. Die Wehre sind nicht so gut wie die Uts. Okay. Rüstungen. Nein, warte. Bleiben wir nochmal bei den Waffen. Weil für dich hätten wir hier eventuell einen Revolver gefunden, der ganz gut war. Aber da wir schon drei davon haben, gehe ich mal davon aus, dass der nicht so gut ist. Okay. Hat sich erledigt. Gut. Sonst hatten wir waffenmäßig, glaube ich, jetzt nicht. Dann. Rüstung. Da hatten wir nämlich durchaus ein paar Sachen. Eventuell ganz gut sind. Zum Beispiel das hier. Gut. Okay. Ich meine hier. Abraxe hat natürlich die fetteste Rüstung, die wir überhaupt haben. Mit neun Pandeln. Das ist klar. Was sind denn hier? Ah ja. Das ist der Football-Helb. Den würde ich jetzt auch nicht unbedingt geben. Obwohl, das sind die Soldatenhosen. Das sind auch nicht so gut. Er hat ja auch taktische Hosen. Aber wo ist denn der Soldatenhelm? Ah, der ist da hinten. Der ist da hinten. Okay. Für Abraxe ist es nix. Weiter geht's. Idolem könnte wirklich gute Panzerung brauchen. Die Schrottrüstung, die er jetzt anhat, ist aber genauso gut wie die hier. Okay. Der Soldatenhelm. Soldatenhelm versus Söldnerhelm. Treffer-Chance plus 5%. Dafür kritische Treffer-Chance weniger. Dafür mehr Panzerung. Okay. Dann nehmen wir. Ein neuer Look. Piu. Cool aus. So ein bisschen Dosen. So Dotiatiato. Wie sieht's aus mit den Soldatenhosen? Bessere Panzerung auf jeden Fall. Das wär gut. Kampfgeschwindigkeit und Ausweichen sinkt dafür ein bisschen. Aber ich hab, glaube ich, schon gemerkt, unser Nahkämpfer braucht vor allem Vollpanzerung. Das hilft nix. Ansonsten nennen wir noch den Football-Helm im Angebot. Aber der ist in dem Fall nicht so gut. Okay. Dann haben wir unseren Sniper. Was haben wir da mal noch? Football-Helm. Schaden gegen Tiere plus 15 mit der Maske. Ansonsten Resistenz. Ne, Resistenz braucht jetzt unser Sniper nicht unbedingt. Der braucht einen. Und? Auch hier. Ich mein, theoretisch wär das vielleicht schon was für ihn. Aber ich glaub, das kann wer anders dringender brauchen. Zum Beispiel vielleicht... Ne, Vollpanzer kann ich. Ah ja. Aber Marshall, no. Der kriegt jetzt die Red Tag-Panzerung. Na, guck. Hübsch ist er. Und? Vielleicht auch den Football-Helm? Fragezeichen? Harter Hund plus 1. Ich glaub, der ist wirklich unser harter Hund, oder? Nein, der ist gar nicht unser harter Hund. Unser harter Hund ist er Braxe. Ja, dann kannst du den Football-Helm nämlich haben. Der hat die gleiche Panzerung. Dann kriegst du Status-Effekt-Resistenz. Dafür weniger harter Hund. Und steht ihm irgendwie besser, find ich. Passt besser zu ihm. Aber jetzt muss ich mal überlegen, ob wir nicht vielleicht Abraxe... Nein. Es geht nicht. Ich wollt grad sagen, ob wir nicht vielleicht Abraxe... ...den harter Hund-Helm geben. Aber er braucht den rote Ziegen-Helm. Selbstverständlich braucht der den rote Ziegen-Helm. Es geht gar nicht an. So, und die Lucia, die dauernd stirbt, die geht wieder mal relativ leer aus. Befürchte ich, ne? Ach, wie wirst du denn damit? Der ist ein bisschen besserer. Ein etwas bessere Söldner-Rüstung als die, die sie jetzt momentan anhat. Ich meine, immerhin. Und vielleicht... Treffer-Chance verlieren wir und Wahrnehmung verlieren wir. Dafür kriegen wir Krieg-Geschance und mehr Panzerung braucht sie. Ach, jetzt werde ich die dauernd verwechseln, weil die Helme getauscht haben. Muss ich mal kurz gucken. Die neuen Rüstungen auf jeden Fall, so wie den Helm hier. Genau, den können wir noch modifizieren. Und die Rüstung hier. Jawohl. Ach, der hatte schon Red-Tech-Hosen. Guck, das ist ja nett. Haben wir ihm die passenden Hosen auch noch verschafft. Hey, aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was war denn... Haben wir nicht noch irgendwie... Hab ich die Soldatenhosen schon untergekriegt? Nein. Ich hab keine Soldatenhosen. Na dann. Und der Helm hier, der war ja eigentlich reserviert... Dachte ich... Fallen Crusader. Ah ja, genau. Ich muss weggehen und wieder hingehen, damit es aktualisiert wird. Fallen Crusader... War dort grad plus 0% als positiver Punkt. Äh, es kann irgendwie schon sein, weil irgendwie sind die Anzeigen manchmal sehr komisch und irgendwie auch nicht ganz richtig. Man muss ja hier auch aktualisieren, zum Beispiel immer wieder. Das war vielleicht auch mit dem Rumschalten-Fehler. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall braucht unbedingt Fallen Crusader 1 Stärke beim nächsten Level ab. Ich muss mir das merken. Mehr Stärke weg. Vielleicht sogar mehr als... Wie viel Stärke haben wir denn? Ne, ein Stärke mehr. Für Fallen Crusader. Darf ich nicht vergessen. Weil dann kriegt Fallen Crusader einen sehr guten verrückter Wissenschaftler. Okay, und jetzt retten wir mal die Flüchtlinge. Was will die... Mama Kader... Nein, ich glaube ich nicht. Ich meine, das ist ein Spiel, das mit sehr feinen Werteunterschieden daherkommt. Da sind teilweise 0, irgendwas Prozent Unterschied. Eventuell zeigt es halt quasi nur eine Stelle nach dem Komma an, aber geht in den Daten quasi noch tiefer. Dann könnte quasi sein, dass sich irgendwas um 0,000413 Prozent verbessert. Und dann würde da halt im Spiel stimmen, positiv 0 Prozent. So könnte ich es mir vorstellen. Könnte sein. Danke. Das ist ein guter Spickzettel in den Chats. Fallen Crusader plus 1 Stärke mehr. Okay, wir sind die Ranger. Wir wurden hergeschickt, um mit den Schleusern zu verhandeln. Aber sie haben uns angegriffen. Die Schleusern waren Bastarder. Sie haben alles, was wir hatten, weil sie wussten, dass wir uns zufrieden waren. Mama Kader setzte alles an. Sie hat die Schleusern vorbereitet, um uns hierher zu holen und uns in die Stadt zu holen. Sie ging uns an der Garten treffen und finden uns Bedingungen und Essen. Wir sind Flüchtlinge, jeder von uns. Wir sind aus unserer Lande durch die Plains-Gang. Jetzt sind wir hier mit keinem Essen, aber wir werden wahrscheinlich frieren, bevor wir beginnen. Wir brauchen den Transport in den Colorado Springs, oder wir sind tot. Hä, ich kann die doch bestimmt in meiner Basis brauchen. Die ist sowieso kaum. Und... Na gut, wie können wir helfen? Wir müssen jemanden finden, der uns alle von uns in die Stadt zu holen kann. Und bald. Wir werden hier nicht auslösen. In die Stadt? Oh, Daisy wird das lieben. Ich habe gehört, dass Merchanten-Karavans auf dem Bizarre stoppen. Vielleicht könnte einer von ihnen helfen. Aber die Monster-Armee will nicht uns in den Bizarre lassen und wir haben keine Geld, um den Transport zu holen. Okay, ich muss die jetzt echt... Ich kann die nicht aufnehmen bei mir. Das finde ich schade. Na gut, wir werden sehen, ob wir jemanden im Bizarre finden, der euch helfen kann. Du bist die einzige Hoffnung, die wir haben. Wenn wir hier viel länger stecken, werden wir sicher, dass wir überleben. Okay. Wir warten hier und versuchen, es warm zu halten. Dann... Gehen wir mal zurück. Und Bizarre... Schauen wir mal, ob wir da jemanden finden, der die transportieren kann. Da habe ich die einen Schleuser umgebracht, um neue Schleuser zu anfangen. Aber ich meine scheinbar, weil das keine sehr hohen steht. Ich bringe dir deine tägliche Dose von Monster-Movie-Facts. Wollt ihr wissen, dass der Film »Eskate from Psycho-Prison« wurde gerade hier in Colorado filmt, in der alten Supermax-Prison. Oh, es ist wahr! Ahaha! Ahuuu! Wie komme ich denn hier gleich nochmal rein? Ah! Ein Klamm steht auf der Tür. Hahaha! Was Zagreifung bringen sie auf der Tür von Monster? Wir wollen nur ins Bizarre. Hahaha! Die Klamm sprechen. Das kennen wir doch schon. Wir haben eine Eintrittskarte. Blablabla. Aber ich glaube, wir haben wirklich über den Weg nie erfolgreich Bizarre betreten. Deswegen wahrscheinlich der Dialog. Und wir vorstellen, dass ab jetzt einfach offen ist. Wäre ein bisschen nervig, wenn man immer wieder den Dialog füge. wüsste. Aber andererseits, wie oft müssen wir schon nochmal ins Bizarre? Das ist einer von diesen Sätzen, ne? Der mir nochmal wahrscheinlich dann, ähm, quasi nachgehalten wird, wenn wir zum 500. Mal hier reinlaufen. Ich habe leider jetzt auf Ansicht keine Ahnung, mit wem wir hier reden könnten. Ich habe ja schon mit allen geredet. Ich könnte mich nicht mehr... Na gut, ich kann mit ihm auf jeden Fall einen neuen Dialog machen. Wir könnten eine Hilfe brauchen. Oben ist eine Gruppe von Flüchtlingen, die die Transport nach Colorado Springs benötigt. Ach, guck. Ähm, okay. Es ist zwar voll gemein, aber ich will wissen, wie es weitergeht, wenn ich ihm weiterhin die Ente zeige. Welche Ente denn? Ich sehe hier keine Ente. Äh, was? Es ist schlimmer, als ich dachte. Bitte, ich brauche einen Moment. Er schließt die Augen und beginnt Zahlen vor sich herzumummeln. Letztendlich öffnet er die Augen wieder. Okay, es ist anscheinend schon vorbei. Aber das war gemein. Ähm. Ah, genau. Arschkriechen 7. Jones, wir reden hier nicht nur von Gütern. Diese Leute verhungern. Sicher können sie es für umsonst machen, die mitnehmen. Oder? Okay, okay. Okay, okay. Ich höre Sie. Keine Chance, dass ein Mann so schlecht fühlt, um zu versuchen, zu leben zu leben. Okay, ich werde sicher, dass sie in meinem nächsten Karavan gehen, um die Colorado Springs zu fahren. Ich schreibe Leute, um sie jetzt aufzuhören. Cool. Auf Wiedersehen. Aber jetzt stand da, ich soll mit Mama Cotta reden. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wer Mama Cotta ist. Ich habe von der gerade zum ersten Mal gehört in den Dialog mit den Flüchtlingen vorher. Doch so, bla bla bla, mit Mama Cotta reden. Laut Carmen hat eine Frau namens Mama Cotta die Schmuggler angeheuert. Um illegal Flüchtlinge nach Colorado Springs zu schleusen, soll die Flüchtlinge in der Nähe des Stadttors treffen. In der Nähe des Stadttors. Aber von Colorado Springs, das Stadttor, ne? Wir sollten sie zur Rede stellen. Nicht das Stadttor hier von Bizarre. Nehme ich jetzt mal an. Der Cowboy mit der Entenphobie. Und dann nicht habe ich ihn mit der Ente gebrochen. Deswegen hat er so schnell gesagt, ja, ich mache es umsonst. Bitte nimm nur die Ente mit. Ich kann dir nur die Ente fragen, ob ich meine Stadttor schaue. Ah, der Bucker stammt. Na gut, da hier am Eingang niemand mehr ist, fahren wir jetzt mal zurück nach Colorado Springs. Ja. Ja. Bitch. Äh, außer es gibt noch interessante Orte in der Nähe. Es werden mir ein paar Sachen, werden mir noch angezeigt, ne? Aber ich habe andererseits auch schon Missionen, die erst für Level, was weiß ich, 5 Milliarden empfohlen werden. Und ich bin erst bei 1,8 Millionen. Da habe ich noch einen langen Weg vor mir. Karte. Guck, hier oben ist zum Beispiel Hof der Gett-Familie. Noch nicht entdeckt. Und da unten Monster-Armee-Bunker. Hoch der Gett-Familie. Die geht. Ich meine, Synth gibt es ja in der Welt auch, ne? Warum nicht? Ich speichere, glaube ich mal. Habe ich das letzte Mal vor einer halben Stunde gemacht. Um Gottes Willen. Was da alles passieren kann. Ach ja, was machen wir denn jetzt wirklich? Ich schaue mal noch mal kurz in unser Journal. Sekundär-Mission. Da haben wir nämlich auch so einige. Zum Beispiel. Den alten Monster-Armee-Bunker um die Filmrolle darin finden. Ja, das zum Beispiel könnte man gleich mal machen. Im Hof der Gett-Familie. Okay. Und die Familie retten. Wo haben wir denn die her? Randy Gett, ein erfahrener Mechaniker, möchte unsere Hilfe bei der Rettung seiner Familie vor einem Führer an. Das klingt dringlich. Das sollten wir wirklich machen. Ich finde jemanden, um ihn in der Werkstatt im Ranger-Hauptquartier einzustellen. Na gut, okay. Das können wir jetzt nicht. Aber dann fahren wir mal zur Gett-Farm. Und retten die vor irgendeinem Führer. Kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Aber das machen wir jetzt. Oh. Oder bin ich da nicht weitergefahren, weil es hier schon so radioaktiv wird? Nee. Nee. Okay. Na dann. Oh, oh. Oh, oh. Lecker. Oh, da steht jemand. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass hier einfach so jemand steht. Ich dachte... Ach so. Gut. Oh, oh. Oh, oh. Abraxe. Wie wäre es mit einer Eröffnung? Surprise. Okay, cool. Jetzt könnten wir zum Beispiel halt Tierflüster rücken und den hier zähmen. Ich habe den zwar schon angeschossen, aber jetzt ist er unser Freund. Und eventuell, ich bin mir nicht sicher, ob sie gut genug darin ist, könnte das Lucia auch machen. Dann haben wir schon mal zwei... Oh Gott, ich hätte Lucia vielleicht heilen sollen. Ich hätte gucken sollen, dass die Leute Munition haben, wenn ich schon vorhin bissar war. Oh Gott, ey. Ich bin kein guter Manager. Okay, Idolem geht als letzter, damit der nicht wieder erschossen wird von seinen Teamkameraden. Der Scharfschütze kann ja mal gemütlich aus der Entfernung bissen. So. Ich bin angedätscht. Gut. Gold Crusader kann jetzt tatsächlich einfach nichts machen, ne? Der braucht dringend Waffen, die irgendwas machen. Aber das sieht hier nicht nach einer Geiselnahme aus, ehrlich gesagt. Wer liegt denn da? Das sind, sind das... Ach, oder kämpfe ich hier gegen die, die Haustiere der Farm oder so? Ich weiß nicht genau, was ich da grad... Wo ich da reingeraten bin. Naja. Schauen wir mal. Todala. Jetzt darf Idolem, oder? Genau. Idolem ist der letzte. Dann ist gut. Dann hauen wir nämlich den mal. Das war gut. Ich bin mir genug Aktionspunkte. Okay. Okay. Hey. Ich hab dir den einfach vergiftet. Lass mich auf deine gezähmten Buddies gehen. Die gehen jetzt alle auf dich. Guck. Verräter. Die mögen mich viel lieber als dich. Wir sind jetzt Teil von unserem Rudel. Du kannst auch mitmachen, wenn du willst. Guck. Wir haben eine bunte Bande. Einen Hasen. Eine Katze mit einem Cowboyhut. Cyborghuhn. Einen wildfluchenden Papagei. Da wird so ein komischer, stachelschießender Monsterhund grad noch fehlen. Aber ich befürchte auch, das hat einen Cooldown, der zu lange ist leider. Schade. Müssen wir gegen den noch kämpfen. Die Dolem. Weißt du was? Den machst du jetzt schnell fertig, oder? Na. Ach, die laufen jetzt weg. Ich hab mich nämlich schon gefragt, was da mit den gezähmten Gegnern passiert. Die laufen dann weg. Das ist ja cool irgendwie. Das fällt mir. Finde ich gut. Ja, zwei mussten wir leider töten. Bei viel Phrase. Aber die haben uns keine Wahl gelassen. Oh, wir haben einen Vergifteten. Haben wir irgendwas gegen Gift? Ich weiß es gar nicht. Da gibt's doch bestimmt was, oder? Gegen Gift. Das klingt so, als wär's gegen Gift. Äh, für sich selbst verwenden. Fuck. Und? Bin ich mehr vergiftet? Na dann. Hey, haben wir etwa Level-Ups schon wieder zu verzeichnen? Ich glaube schon. Ich meine, hier spare ich Punkte. Ich weiß. Aber. Polen. Nein. Ausgerechnet Polen Crusader nicht. Ne, das sind... Glaube ich nur... Ne, stimmt. Hier. Muss ich nochmal kurz durchgehen. Ne. Ja. Okay. Die Dulem hat ein echtes Level-Up. Der braucht mehr Stärke natürlich. Und mehr... Ich würde ihn so gern mehr auf Nahkampf trainieren, weil er das wirklich auch braucht. Aber... Schlossknacken und Toaster reparieren geht einfach vor. Deswegen müssen wir da punkten. Es hilft dir ja nix. Betäubung stark. Feuerschaden-Bonus durch unsere Toaster-Reparatur. Die brauchen wir nicht. Vielleicht einer der Standard-Dinger vielleicht. Panzerung plus zwei. Konstitution plus 35. Ausweichen plus fünf. Sowas wollen wir nicht. Wie wäre es mit standardmäßig mehr Panzerung für unseren Nahkämpfer? Ich glaube, das macht ziemlich viel. Und dann ist, glaube ich, Marshall Noh noch wirklich aufgestiegen bei den anderen. Das ist so ein bisschen nervig, weil die Ausrufezeichen verschwinden nicht. Wenn ich einfach nur Punkte sparen will, weil sie nicht reichen zum Buchlemmen. Das nervt ein bisschen. Achtsamkeit. Mehr Trefferchance. Und... Hinterhältiger Scheiß. Ja. Hinterhältiger Scheiß. Okay. Gut, das war's schon wieder. Reiche ich gleich mal. Das ist nämlich immer super ärgerlich, wenn so ein Level-Up quasi verloren geht. Graben. Ich schanke mal. Ein... Wirf. Ein Waffenmoch. Okay. Ein Generator. Soll ich den mal... Oh, Mechanik 6. Haben wir wirklich kein Mechanik 6 im Team? Kannst du gar nicht glauben. Ah. Habe ich doch zu viel in verrückter Wissenschaftler gesteckt. Aber beim... Ja, keine Ahnung. Eine Bergziege. Eine verflixte Bergziege. Und Dolem hat ein schwieriges Verhältnis zu Bergziegen. Oder zu Ziegen allgemein. Dolem, bleib ganz cool. Es ist nicht... Es ist nicht die rote Ziege. Es ist nur irgendeine Bergziege. Wir haben die gerade mit einer Schlossknackfähigkeit... Aus. Ja, genau. Wir haben schon zu viel Tierbegleiter. Sonst könnten wir uns hier eine Ziege... Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn jetzt hier... Ähm... Abraxel... Auch wenn ich ursprünglich gesagt habe, dass er jede Ziege töten wird, die ihr findet. Das wäre natürlich auch cool, wenn wir stattdessen ganz viele Ziegebegleiter hätten. Hey, jetzt wartet mal. Hase. Hase, du wirst hierbleiben müssen. Der Hase... Hupst seine Ohren mit seinen Pfoten an und sucht nach Futter. Na, der klingt jetzt nicht so verzweifelt. Na, dann machen wir jetzt Abraxe zum Ziegenlord. Rambok! Yeah! Wir haben einen Ziege im Team. Was? Ich bin zu lustig, wenn die so schreit. Und was haben wir jetzt hier für einen Rambok-Bonus? Kritischer Schaden plus 0,20-fach? Ähm... 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 Okay. Die heißen nicht ohne Grund so. Hm. So, hier haben wir eine Falle. Wer kann die entschärfen, bitte? Wollen wir, dass wir alle sterben? Hahaha. Oh Gott. Abraxe, der Ziegemeister. Um die rote Ziege zu besiegen, muss er selbst zur roten Ziege werden. Entführer in Schwierigkeiten. Das würde ich jetzt... Da bin ich gespannt. Das war das Ransom-Nut war die dummeste Idee, Korby ever hatte. Nichts zu tun für Wochen, aber nach den Schrauben und schreiten diese damn Kinder. Nachdem Roscoe gefunden hat der Manns Liquor, jeder war bereit für eine Zauber. Natürlich, das ist der Mann, der schreit für ihn. Nichts 10 Schritte bevor Roscoe schreit ihn. Jeder fing dann an, dann schreit sie an. Wollt sie sich an, dann schreit sie an und schreit sie an. Ich weiß nicht, wer zuerst hat. Ich glaube, es ist jetzt nicht wichtig. Roscoe ist tot, Corby auch. Und hier sitze ich mit einem Boot in meinem Kopf. Ich sollte nie hier kommen. Ich versuchte, es ihnen zu erzählen, aber einer dieser dummen F***er hörte mich. Angegriffen. Geschossen. Notiz des Geiselnehmers. Die Notiz besteht aus blutigem Gekritzel, auf dem folgende steht. Sie ist verrückt. Sie ist verrückt. Sie frisst jeden. Oh, was haben wir denn hier? Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er ein Bandit der Ebenengangs war. Vermutlich einer der Empführer. Gleiche untersuchen. Die Leiche ist in einem besseren Zustand als die anderen. Ich will nicht ganz so viele Stücke Fleisch von ihr. Im Gegensatz zu den anderen sind die Finger an der linken Hand dieser Leiche noch vollständig erhalten. Okay. Los, Knacken! Nur für sieben. Abraxel, darf ich bitten? Äh, Idole meine ich. Uh, was haben wir denn hier? Ein Flammenwerfer-Feuerspucker. Ja, das könnte vielleicht interessant sein. Und Cloak and Dodger-Rom. Eine normale Videospielkassette, aber das Etikett wurde teilweise abgezogen. Da zeigt ein anderes Etikett mit der Aufschrift Tock-Secret-Military-Intel. Okay. Jetzt muss ich mal kurz den neuen Flammenwerfer angucken. Könnte das was für unseren Abraxe sein? Eventuell. Kann ich den auch irgendwie mit dem Flammenwerfer vergleichen? Nämlich. Leicht es immer mit der Hauptwaffe. Wartet mal kurz. Machen wir es so. Das dürfte funktionieren, Fragezeichen. Ich hoffe es. Wo ist jetzt der Flammenwerfer? Ist sogar ein legendärer Flammenwerfer. Ja, der ist besser. Der ist besser als unser jetziger Armee-Flammenwerfer. Der Feuerspucker. Mehr Reichweite, mehr Munitionskapazität, weniger Grundchance auf Treffer. Ich weiß nicht, wie man mit dem Flammenwerfer großartig daneben schießen soll. Aber, yes. Ausrüsten. Jetzt haben wir nicht nur ein schweres Maschinengewehr, sondern auch einen Flammenwerfer. Also einen besseren. Ich weiß nicht, wie man mit dem Flammenwerfer ist. Ich bin ein bisschen in Deckung. So. Ich habe wieder mal niemanden geheilt. Gut, gut, gut. Das gehört alles zu meinem Plan. Wenn sie kurz vorm Tod sind, strengen sie sich mehr an. Das ist alles psychologische Kriegsführung. Oder so. Ganz los, ja. Ich weiß es zu schätzen bestimmt. Okay, wir haben zwei Freunde. Idolem. Nee, warte. Idolem ist immer der Letzte. Schneiperich. Schneiperich von Schneipenfeld. Genau. Das machen wir. Ah. Ich habe es vergessen. Oh, wir haben Energiezellen gefunden. Wir können zumindest seine leider ein bisschen nutzlose der Maschinen zum Hacken haben gehen. Leider ist eine relativ nutzlose Waffe nachladen. Die macht echt nicht viel Schaden. Nicht gut, aber immerhin existiert sie. Und kann, kann zumindest was machen. Außerreicher. Jetzt muss der echt noch überleben, oder? So knapp. Ach, gemein. Ich wollte vielleicht öfter meine Fähigkeiten benutzen, oder? Entschuldigung. Weißt du was? Guck, jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Guck mal, da unten läuft der Hase, den ich aus dem Team... Wie ist denn der da durchgekommen? Der ist durch die hochversiegelte Tür gekommen, durch die ich nicht gekommen bin. Hätte ich ihn doch lieber in meinem Team lassen sollen. Er ist ein besserer Schlossknacker, als ich dachte. Ja, die Waffe hat zwar nur sieben Schaden gemacht, was quasi nichts ist, aber wenn der Gegner halt nur noch fünf HP hat, dann... Perfekt. Okay, Idole. Geht wieder ein bisschen auf keine Katze Kurs, aber so ist das eben. Ich habe mich hart. Ich habe das sehr, sehr, sehr... dieses Morgen. Abraxe 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 Ich wollte es eigentlich vermeiden. Ah, nee. Wir hätten noch einen Marshal einen Marshal Noem-Angebot. Mal gucken, ob es der noch richten kann. Dankeschön. Sehr gut. Ah, ja, genau. Stimmt. Jetzt ist ja wieder drei Viertel des Teams vergiftet. Ah, ich hasse die. Hier haben wir einmal vergiftet. Nein, und dann auch noch die Steuerung. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das Gift oder die Steuerung hier im Menü mit dem Controller. Einmal für dich. Einmal für dich. Und... Ach, das war's schon. Ich dachte, wir hatten mehr vergiftet. Aber, wo wir gerade dabei sind, könnte Fallen Crusader... Moment, ist... Fallen Crusader ist nicht unser Sanitäter. Quatsch. Basti ist unser Sanitäter, genau. Könnte Basti vielleicht mal ein paar Leute heilen. Beispiel Marshal No. Ups. Und ich glaube eigentlich gleich noch mal. Ne, Marshal No ist wieder. Aber Abraxel noch. Und... Blim. Dann sind alle wieder fit. Hier begleiten, denen geht's auch alle gut, ne? Wo ist denn das Cyborg cool? Ach, das pickt da unten drüber. Ja, die sind alle fit. Joa... Na dran. Weiter geht's. Reichen. Oh, da lebt noch wer. Oh, ein Zombie! Äh, ich glaube, wir haben hier einen leeren hier. Wer bist du? Du bist nicht meine Familie. Du gehst jetzt weg. Ich versuchte durch Träume für meinen Bruder. Obwohl... Du hast noch mehr Kandys? Ja, Kandys! Sie sind die beste Part. Diese! Schmierte Hände hoch, schüttelt ihre Finger in eure Richtung. Merz. Ich denke, ich werde krank sein. Willst du diese? Sie sind meine letzte. Die Gummis sagen, es ist okay, sie zu schütteln. Es ist respektvoll. Und sie sind so süß. Nita, bittet euch ein paar abgenagte Finger an. Er bietet euch... Ähm... Äh, nein, danke. Oh, well. Ist okay. Mehr Kandys für Nita. Sie schürft sich einen Finger in den Mund und beißt ihn ernst zu. Mir ist heftig. Ihr grinst euch glücklich mit blutigen Tränen an. Okay, wir haben eine harte Hund-Antwort und die muss ich natürlich nehmen. Du kommst jetzt mit uns. Nicht schütteln an mich! Ich komme, ich komme! Du wirst nicht schütteln wie Mutter und Vater, oder? Ich habe es nicht gefallen. Außer für die Schrauben, die mir gemacht haben. Das war okay. Ich mag diese. Ähm, kann ich sie bringen? Du wirst sie bringen? Okay. Ich weiß nicht, warum du so dumm an mich bist, aber... Okay. Nur nicht mich schützt! Robben ist capacitierend. Die Austrittswunder auf seiner Brust scheint einige Tage alt. Aber die Bissspuren auf dem Arm sehen frisch aus. Ein Behälter mit einem Hof-Schlüssel Und... Eine... Ein Herstellungsrezept für Rasiermesser-VerkŽ Ein Mod... greatest.... Was hat denn der Hase hier bitte gemacht, während wir weg waren? So, ist der Schlüssel jetzt für hier? Nia, ist das du? Ähm... Wie ist es, aber vielleicht nicht so ganz komplett? Ich weiß nicht, wie ich dir bedanken, Rangers. Meine kleine Söhne ist sicher und klingt und alles in einem Stück. Aber... Warte... Was für alle anderen? Ich bin froh, dass du das sagst. Aber zumindest hast du mich geschehen. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, Rangers. Wir sind dankbar dafür, Nita. Ich bin dankbar dafür, dass ihr da auf mich gebracht seid, Rangers. Ich bin dankbar dafür, dass ihr da zurückgebracht habt. Ich bin dankbar dafür, Nita. Ich bin dankbar dafür, dass ihr da auf mich gebracht habt. Geh' dir zurück zu mir, Ragers. Randy? Sag' dir Dank, Nita. Mein Bruder'n Träume sind gesammelt. Hast du noch Kandier? Ähm, ich bin sicher, dass sie Dank meinte. Wir sehen uns, Ragers. Der Monaster-Armee-Bunker, würde ich sagen. Ich würde auch echt gern mal in unsere Basis. Da haben wir jetzt doch schon einige neue Rekruten und so weiter. Mal wieder mit allen reden, ein bisschen managen. Wer weiß, was sich da ergeben würde, ne? Aber da wir jetzt schon hier unten sind, fahren wir erst noch in den alten Monaster-Armee-Bunker. Aber dann. Deine Tage sind einbezogen, Ragers. Ragers, die Red Scorpion Militia, wird dich wegwerfen. Danforth, das ist nur der Anfang. Du hast nichts left. Du bist Citadel. Aber wir sind noch hier. Und wir haben nicht vergessen, was du hast. Du kannst nicht weiterentwickeln. Du hast nicht lange, wenn du auf deine Knie gehst. Dann, du bist du schweig. Tick-tock, tick-tock. Tick-tock, Ragers. Jetzt, dass die Garage aufgeräumt ist, du solltest diese Upgrades in HQ bekommen. Ich verstehe. Das heißt, wir können jetzt noch gar nicht zum Monster-Bunker so ohne weitere. Wir müssen jetzt erst ins Hauptquartier und dann kriegen wir ein Upgrade. Oh oh. Feinde gesichtet. Einige Roboter sehen zu, wie einer von ihnen eine andere repariert. Nein, das klingt doch gar nicht so schlimm. Sie scheinen sich auf den Prozess zu konzentrieren. Sie haben euch nicht bemerkt. Zeichen wir uns an sie heran. Ihr flankiert sie, ohne dass die Roboter euch bemerken. Leid zuzuschlagen. So viele Roboter. Nicht schlecht. Können wir zumindest hacken. Auch ohne Munition. Weiß nicht, ob ein Flammenwerfer unbedingt die beste Waffe gegen so einen Roboter ist, ne? Nicht gerade so. Kostet ein Schuss mit der Waffe eigentlich so sechs Aktions- Hä? Moment. Ah, jetzt. Okay. Na dann, schießen wir hier mal alles weg. Aha. Wenn ich sage, alles weg, meine ich alles weg. Das war schön. Und dann hacken wir mal alles weg. Und dann hacken wir mal einen davon weg. Nehmen wir einen Killer. Der Killer sieht aus wie ein Dalek. Den nehmen wir. Der Okteron ist so pseudo cool. Der kann sich viel zu cool vor. Keine Chance gegen den 80er Jahre Killer. Und das geht's. Okay, cool. Ich will wieder ein bisschen Entdeckung mit dir. Ja. Nein! Ja. Ja. Nice. Immerhin. Ja. Ja. Ah, ich habe in der Mission hier unseren Truck dabei. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier unseren Begleiter überfahre. Eigentlich tue ich das auch. Ich muss nicht. Aber ich muss hier hin. Bitte geh zur Seite. Ah, Gott sei Dank. Ah, kein Gegner in Reichweite. Wie gemein. Aber, auch nicht schlimm. Gehen wir halt in Overwatch. So, und Lucia müsste auch nah ran, damit sie eigentlich Schaden mit ihr anrichten kann. Und Igolem kann jetzt zumindest dem einen Killer wahrscheinlich noch den Rest geben. Sehr gut. Und den... Ne, den hauen wir gar nicht mehr. Haben wir nicht mehr genug Aktion. Aber... Nein, ich wollte nicht, dass du lootest. Das ist so bescheuert. Ich wollte, dass du da hingehst, wo der Loot liegt. Naja, trotzdem. Aber what? Da ist mir die Reichweite von unserem Auto gefahren. Hat aber leider ganz knapp überlebt. Ah. Exterminate. Oh, da ist auch einer. Wo kommt denn der her? Den habe ich komplett übersehen. Aber wir machen unseren Begleiter ganz schön fertig. Oh mein Gott, Cyberkun. Was ist denn mit dir heute los? Und der Bofrost, oder wie er heißt, auch mit dabei. Na gut. Nein! Come on! Na, also. Sehr schön. Und Crusader, die Waffe, von der ich vorher noch gesagt habe, dass die so nutzlos ist, dürfte gegen Roboter alles andere als nutzlos sein. Ja, gut. Ja, genau. Da macht sie nämlich, es wird nicht angezeigt, aber sie macht bei einem Gräufer gehörigen Bonusschaden. Aber irgendwie nur manchmal. Naja. Wer, wer versteht das schon so genau, wie seine eigenen Waffen funktionieren? Ich war... zuz. Ja. Wer? Oh yeah! Oh yeah! Ah ne, da hinten ist noch ein Killer-Bot. Oh shit. Okay, der schießt zum Glück auf den anderen Killer-Bot. Der Disco-Bot hat uns erleuchtet. Ist das gut oder schlecht? Jawoll, Bergziege. Zeig's dem, Disco-Bot. Volli, mach ihn fertig. Nein, der hat es nicht geschafft. Naja, okay. Das war gut. Das war gut. Ich würde sagen, hier abstauben. Und dann schaffen wir auch noch, oder? Jawoll, Double-Kill. Fatality. Flautige Victory. Gut, der ist nicht mal in Reichweite von unserem Scharfschützen. Das ist mein Spezialgebiet hier jetzt gerade. Perfekt. Ah, hat leider nicht ganz gereicht. Aber Marshal No wird es richten. Ich glaube an durch Marshal No. Ich glaube wirklich, dass er es geschafft hat. Wenn er Munition hätte. Ah. Aber einmal dürfen wir trotzdem schießen. Das reicht. Julio. Kommen wir mal. Roboter Tyler, Roboter Tyler, Roboter Tyler, Roboter Tyler, Roboter Tyler. Roboter Tyler. Schönes Wort. Roboter Tyler. Roboter-Raketen. Ne, das hat nicht funktioniert. Großer Behälter mit Munition, 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 Munition. Kristallklar. Tabletten. Wären sofort jegliche durch Drogenmissbrauch erlitten. Ne, negativ. Effekt. Außer der Scham. Sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Heilung, 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 Heilung. Cool. Ach ja. Weiter geht die Reise. Das war ein sehr guter Kampf für uns. Eine sehr gute Zufallsbegegnung. Freut mich. Roboter verhauen. Ganz viel Munition gelootet. Wir sind bestimmt mehr gelootet, als wir verschossen haben. Was will man mehr? Jetzt fahren wir zurück zur Ranger-Basis. Und, äh, sie kann Zeus schon... ... den Purt seine Blitze werfen. Wir fahren jetzt trotzdem zur Ranger-Basis. Aha, ein Clown-Museum. Und was ist das da? Ein verstecktes Gebäude. Der Eingang zu einem unterirdischen Bunker. Sieht aus, als hätte eine Lawine ihn erst kürzlich freigelegt. Und ist... Äh, und ihr seid vielleicht die Ersten, die ihn bemerkten. Im Schild über der Tür steht Sito 314. Ähm, Schloss Knacken 6, öffnen wir das Schloss. Es dauert beinahe 10 Minuten, aber endlich obliegt das Schloss euren überlegenen Fähigkeiten und eurer Geduld. Jedoch war das ziemlich ermüdend. Diese Einrichtung wurde von ein paar wirklich paranoiden Leuten gesichert. Wirklich, wirklich paranoide Leute. Die Einrichtung sieht unberührt aus, doch viele der unteren Ebenen sind ein einziger Eisblock. Die Treppen enden einem eingefrorenen Miniatursee. Ähm, verrückter Wissenschaftler. Nach seltsamen und ungewöhnlichen Technologien suchen. Oh, ich hab leuchtenden Schleim gefunden. Ohne euer Wissen. Oh, und eine Gürteltasche. Okay. Und noch eine Gürteltasche. Und Toast. Drei Toast. Toast ist eine super Nahrung. Wirklich so. Und Rübenklops. Und Flammenwerferbenzin. Und... Eisstachel. Und... Noch mehr Eisstachel. Und... Eine Tasche Sägewelpe. Taschensägewelpe. Eine Attrappe. Was haben wir eigentlich nicht in den Bunker gefunden? Und nochmal zwei Eisstacheln. Anscheinend wirklich ziemlich random generiert, oder? Sonst wäre das komisch. Eine Ionenklinge. Oh, jetzt werde ich aber hellhörig. Energiezellen. Immer gut. Eine Ionenklinge. Und ein Rezept für experimentelles Dead-Eye-Ziebfernrohr. Cool, cool. Ohne euer Wissen über extravagante Erfindungen hättet ihr eine ganze Menge scheinbar langweiligen Kram im Bunker liegen lassen. Zum Glück ist die jetzt besser. Dieser Ort ist eine Goldmine des Seltsamen. Okay. Ionenklinge. Das könnte... Aber die kommt mir ehrlich gesagt nicht besonders. Irgendwie. Und es macht sie deutlich weniger Schaden. Die ist sehr gut gegen Roboter und Fahrzeuge. Naja. Okay. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber was sind die Gürteltaschen? Das würde mich auch interessieren. Das Ausrüstungsgegenstände. Das Schrott. Das Mod. Findet die hier auch leider gar nicht. Bin ich blind? Traurige Banane. Es ist nicht leicht weich zu sein. Aber wo? Ah. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Mit einer Diskette von Bart's Tale und Cloak and Doggerom kann ich etwas Neues machen. Was mache ich denn da draus? Was wäre denn eine Mischung aus Bart's Tale und Cloak and Dogger? Ähm. Deus Ex. Was haben wir hergestellt? Jamie McBond. Videospielkassette. License to Killed. Okay. Spielentwicklung ist einfach. Keine Ahnung worüber sich die komischen Entwickler überhaupt beschweren. Na dann. Okay. Ich könnte glaube ich ein paar Energiezellen brauchen. Machen wir mal. Ah. Doch. Machen wir das mal. Das wäre schon mal. Aber sonst. Ah ja. Hier das experimentelle Dead Eye Zielfernrohr. Wow. Waffen modifizieren. Acht. Und man braucht dafür ein holographisches Zielfernrohr. Doch könnte ich. Nee. Dafür brauchen wir erst ein Rotpunkt Zielfernrohr. Dafür brauchen wir erst ein Reflex Zielfernrohr. Schon langsam wird es lächerlich. Okay. Das kann ich leider nicht machen. Na schön. Trotzdem nett, dass wir hier waren. Hat mich gefreut. Gehen wir in den Zirkus. Im Blauens Museum. Na ja. Gebiet betreten. Ich meine wir haben mit Clowns schlechte Erfahrungen gemacht. Aber schauen wir mal. Einst eine kleine Clown Attraktion am Straßenrand. Nach der Apokalypse wurde sie über die boshaften Paiasos. In ihrer heiligsten Städte. Für die boshaften. Ja sind wirklich. Ich glaube wir kämpfen hier gegen Clowns. Kann das sein? Sind die Böse? Sind das die gleichen aus dem Teller? Aber es wäre schon komisch, wenn es zwei verschiedene Raidergangs geben würde. Beide Clowns sind. Oder? Oh ja, Mamones. Was machst du hier? Ähm, wir wollen uns das Clowns Museum ansehen. Das ist nicht nur ein Museum, Bendejo. Es ist ein schweizer Grund. Ein Schreie zum großen Schönen. Und du hast ihn. Arriba, Paiasos! Das ist eskaliert, schnell. Das ist eskaliert, schnell. Du wirst dich schweizer? Du wirst dich schweizer? Jetzt du siehst du mir? Jetzt du nicht. Ha, 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 ha! Wollen wir das noch mehr? Bist du verrückt? Die sind so nervig. Ich greife da bestimmt nur Polly, wenn ich auf den schieße. Wie sieht es denn eigentlich aus mit einem Flammenwerfer? Dammit, das war leider kein guter Treffer. Oh, wir haben unser Auto dabei. Dann sieht der Kampf natürlich gleich mal ganz anders aus. Das ändert alles. Kann ich Gegner einfach überfahren und dann sind sie tot. Ja, das haben wir eh schon mal getestet, ne? Mir ist das wieder eingefallen. Ha, ha, ha! Das ist so cool! Ah, ha, ha! Das Auto, ey! Meine Güte! Ich liebe es. Hohlen verhaut. Da hinten hoffentlich. Gut. Gut. Hoch. So, da, da, da. Einmal Scharfschütze, bitte. Okay. Fallen Crusader. Du kannst jetzt hier wieder nicht so viel machen, leider, ne? Wenn Roboter mit dabei sind, ist Fallen Crusader so ziemlich der Beste, den wir im Team haben. Also nicht nur so ziemlich, sondern wirklich. Aber gegen Menschen kann er halt einfach nicht wirklich was ausrichten momentan. Ah, ich hasse das, wenn wir mit so ein bisschen Lebensenergie mit fünf Popel-HP noch überleben müssen. Aber vielleicht kann Lucy das noch ändern. Ja, nehmt ihr vielleicht mal eher die Fläche, ne? Ah! Jetzt hat sie sich selber eingefroren. Ah! Du solltest tot sein! Arsch! Was machst du da überhaupt noch? Was? Es ist ja nur ein Scharfschütze! Oh! 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 Du bist nicht ohne! Oh, oh! 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 Einfach so. Okay, Auto. Ich bin leider niemanden überfahren. Das ist gemein. Da schießen wir halt jemanden. Ja. Das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon mal. Blümpfe, hau den da schnell. Sehr gut. Und den auch noch. Nein, schade. Das wäre so cool gewesen. Naja, hätte ja sein können. Okay, Fallen Crusader. Du musst mal kurz einen Sanitäter spielen und unseren Sanitäter wieder erwecken. Und Sanitäter. Du. heilst dich. Gut. Du bist wieder in Deckung. Und darfst dann ruhig gerne mal auf den schießen. Weil wenn du einen Sanitäter getroffen hätte, wäre vielleicht tot gewesen. Ja, der da oben hat eine echt gemeine Position. Aber wenn wir einen Molotow-Cocktail hochwerfen, was dann? Nimm dich da unten mit an. Wieder eine saublöde Position. Aber so müsste es eigentlich gehen. Ja, bringt irgendwie ehrlich gesagt halt irgendwie einfach irgendwie nicht viel. Ne? Schade. Die traue ich jetzt mit ihrer Eispistole auch nicht mehr. Ah. Come on. Das gibt's doch nicht. Ja, ich meine, sie hat nur 12%. Ich verstehe nur nicht, warum. Aber gut. Sieht es schon gut, wenn wir den noch töten könnten. Mein Gott. Ist das wirklich zu viel verlangt. Das ist so gefährlich, was ich hier mache. Glück gehabt. Alles gut gegangen. Jetzt bist du nicht. Ich dachte, ich war da fertig. Sehr schön. Das hat auch funktioniert. Immerhin. Aus der Deckung geholt. Und jetzt wird er überrannt von unserem Tiergefährten. Cool. Hat ganz gut funktioniert. Jetzt schauen wir mal, was die dabei hatten. Rauchgranaten. Ich hasse sie. Clownsschuhe. Clownsnasen. Irgendwas. Feuer. Clownsperücke. Clownsschuhe. Und die unten. Richtig. Okay. Dann speichere ich mal. Dann schauen wir uns mal das heilige Clownsmuseum von denen an. Mit sehr vielen Ballerinas. Ah. Leiche? Eisblock. Stolzbörde einer Sammlung alter abgenutzter Hundemarken. Jede sind Wortwörter eingraviert. Mit Geld und ein drittes Taschen. Ja. Der Pitsch. Da drin sieht es interessant aus. Jetzt würde ich erst mal gern gucken, was hier mit den Ballerinas ist. Eine Animatronik-Ballerina ist deaktiviert. Eine Wartungskonsole steht offen. Da unten. Da unten. Da unten. Ein bunter Stromschalter. Ein bunter Stromschalter. Den angebrachten Reisel entfernen. Hä? Ich schalte sie mal ein. Ich schalte jetzt einfach mal alle an, oder? Reihe nach. Keine Ahnung. Einschalten. Einschalten. Warum könnte ich denn bei manchen den Kreisel entfernen? Ich verstehe nicht genau, was das überhaupt bedeuten soll. Welcher Kreisel und so. Naja. Oh. Oh. Was ist? Ich habe es nicht gelesen. Die aktiviert eine Wartungskonsole. Steht offen. Aber hier kann ich nichts machen bei der. Aha. Die kann ich nicht reparieren. Aber muss. Muss ich mal was überprüfen. Ausschalten. Ne. Dann wird hier alles rot. Ach so. Kann momentan zumindest nicht alle reparieren. Ah. Vielleicht finden wir noch irgendwo so einen Kreisel oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Hey. Ein riesiges Schwein. Hallo. Ah. Ballerina-Kreisel. Okay. Alles klar. Ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein Logik-Rätsel, wo man da nur gewisse Ballerinas aktivieren darf. Und das muss alles grün sein und so weiter. Aber ne. Man muss einfach nur die ganzen Kreisel auskennen. Na dann. Schakarieren. Und einschalten. Äh. Moment mal. Was ist denn jetzt los? Warum ist denn das rot? Was willst du denn? Mach auf, wir wollen uns das Museum ansehen. Mach auf, wir wollen uns das Museum ansehen. Mach auf, wir wollen uns das Museum ansehen. Nicht irgendwie einigen. There's the Ballerinas. They've been broke for a while now and nobody knows how to fix them. If you got them going again, I guess I could let you in. Wir haben sie schon repariert. Willst du jetzt die Tür öffnen? Du kannst? Let me see. Let me see. Okay. Auch wenn die eine Energieleitung rot ist, glaube ich, was ein Fehler ist, freut er sich und tanzt. Dann ist gut. Wenn wir jetzt hier reingehen ins Museum. Eine Clown-Kanone. Der Plakette steht im Gedenken an Chan-Kita. Der erste Paiasso-Kanone. Irgendwie sind keine Stücke. Stücke. Pulling-Kegel. Wäre auch ein Seiteneingang gewesen. Wahrscheinlich hätte ich auch reinkommen können. Oh, warte. Da sind doch mehr. Oh, ich wollte gar nicht weitergehen. Oh Gott, die haben auch ein Auto. Die Schreie der großen Schreie. Der Blut des Paiasso-Rojos stehnt diesen schritten Gründen. Oh, si, Cabrones. El Paiasso-Rojo taughted to his Disciples in this very place. It goes like this. The world is dead. Mach the weak and the stupid. Fuck up their shit for laughs. Or get fucked up your self. Oh, du wirst. He-heh, du wirst. He-heh, du wirst. Paiasso-Rojos, kill the unbeliever. Tja, das könnte jetzt ein bisschen problematisch für uns werden, der Kampf, ehrlich gesagt. Das ist nicht lustig. Wir haben unser Auto auch gar nicht mehr für den Kampf. Aber die haben ein Auto. Oh, meine Güte. Mit einer Gatling oben drauf. Oh, die Geschütztürme sind aber scheinbar nicht aktiviert. Das heißt, leider kann ich die aber auch nicht hacken. Apropos hacken. Polen Crusader. Kannst du das Auto hacken? Zu weit weg. Von hier auf jeden Fall. Kannst du, wenn du weiter nach vorne gehst und hier stehst, das Auto hacken? Irgendwie kann er hier gerade gar nichts hacken, aber wahrscheinlich einfach, weil er keine Aktionsprobleme hat. Was kannst du eigentlich? Na gut. Ah, das wird nicht schön, glaube ich. Keine Munition mehr für den Flammenwerfer. Müssen wir nachladen. Oh, warte mal. Haben wir hier Tiere, die ich zähmen könnte? Nee. Wenn ich gewusst hätte, ich dachte, den Kampf hier haben wir schon hinter uns. Wenn ich gewusst hätte, dass da noch ein Kampf kommt, dann hätte ich mich ein bisschen besser vorbereitet. Ich dachte, das hätten wir hinter uns quasi. Können wir nicht hier hinter den Balken umgehen? Nee. Okay, aber hinter den. So meinetwegen. Okay. Okay. Nicht, dass das so wird, wie bei dem kleinen Prügel-Clown mit dem Hammer, der uns alle immer in einer Runde gleich mehrere Leute umgebracht hat. Das war nicht schön. So, ich befrüchte jetzt sind fast alle durch hier. Vielleicht können wir nicht leicht mit der Sprung flitzen. Ah, aber dann gleich. Na, immerhin. Na ja, haben wir halt jetzt schnell noch... Na, Abraxe, die Deckung weggeschossen. Na toll. Nicht mal einen konnten wir besiegen. Ah. Fallen Crusader. 28-prozentige Treffer-Chance. Wir machen nie im Leben genug Schaden. Das hat gar keinen Sinn. Moment mal, die Beschütztümmel laufen ja doch. Irgendwie sind die Stromleitungen hier ein bisschen buggy. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier eigentlich? Oh shit. Deren Autos finde ich gut. Aber jetzt kommt die Tierbrigade, die wird schon richten. Also nicht in der Runde, das möchte ich. Irgendwann vielleicht. Dann für den Rest unseres Lebens. Äh. Fallen Crusader. Hacken. Hack jetzt endlich. Er kann das Auto nicht hacken. Ah, das wäre meine Hoffnung gewesen. Aber wir könnten immerhin den hinteren Geschützturm hacken. Und das Auto hat durch das Hacken gewaltigen Schaden gekriegt. Das ist nämlich auch ganz cool. Weil das Hacken wirklich auch allen nicht gehackten elektrischen Sachen in der Nähe schau viel Schaden macht. Das ist gar nicht so schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, ja, mit seiner Pistole auch dem Auto gar nicht so schlecht Schaden machen. Das ist schon echt ganz cool. Es ist auch niemand gestorben immerhin in der Lippe. Das ist ja auch schon mal gut. Muss ich auch mal für die kleinen Erfolge freuen. Dann geht das wieder. Wechseln wir mal auf die... Ah, nee. Nee, dann bleiben wir noch mal beim Flammenwerfer. Weil ich mich schon noch mal in volle Deckung bringe. Stampfeingriff von Idole. Hame, Hame. Ha! Holy, holy shit. Was war denn das gerade? Das war ja richtig irre. Meine Güte, den sollte ich öfter machen. Das haut ja mal gut rein. Nicht, nicht schlecht herrspricht. Genau, Hacken plus EMP ist das so ein bisschen was. Was der... Jetzt können wir leider nicht noch mal draufhauen. Aber das war mal ein guter, guter erster Angriff. So ein Idoleum hier. Der kann sich sehen lassen. Ah, so schlechte Trefferwahrscheinlichkeit. Während die in ihrem blöden Rauch sind, trifft man die kaum leider. Könnte höchst... Ja, unter Umständen... Müsst ihr nur sinnvoll platzieren. Jetzt ist leider das Hut in der Deckung, wo ich... Oh, das ist, glaube ich, eine gute Position. Da könnt ihr nämlich noch so im Rauch verborgen sein, wenn ich hier einfach die volle Ladung reinbolze. Ja. Ja, sehr gut. Einer tot, Auto und Chef beschädigt. Und das Limp-Pack können wir auch noch nehmen. Ah, und das war... Nee, nee, war nicht. Okay, egal. Vergessen, was ich sag. Ähm. Lucy, was machen die? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Das Auto hat gerade den eigenen Boss erschossen. Danke. Hey, Bip! Halt! 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 Das war verdammt gut. Mit ein bisschen Glück und super Begleitern und super Fähigkeiten haben wir das jetzt doch sehr gut hingekriegt. So da la. Schön. Jetzt. Gar nicht fünn. Dann wird's wahrscheinlich jetzt so ein Crusader grad nicht hinkommen. Na doch. Dann schalten wir nämlich den einen Geschütztum einfach mal aus. Oder la. Oder überlassen. Oder so. Ich weiß nicht genau warum der grad explodiert ist. Aber ist ja eh cool. Dann machen wir den einen hier noch kaputt. Dann können wir heimgehen. Das kriegen wir hin, oder? Wir haben schon ein paar Leute. die. Jawohl. Das ist gut gelaufen. Ich hatte echt schon Angst. Ich hatte echt schon Angst, dass das nicht so gut läuft. Aber das haben wir perfekt gemeistert. und dann looten. Payasso-Geschütztürm. Fahrzeugverbesserung. Ach, wir können jetzt die Clowns-Gattling auf unser Auto bauen. Hahaha. Nice. Wo mach ich denn das? Muss ich wahrscheinlich in die Basis zurück. Aber das ist cool. Und die Ice-Cream-Truck-Hupe. Aha. Sehr schön. Verteilt er Geschenke? Oder ist es ein verrückter Psychokiller? Das musst du wissen. Und sie müssen es herausfinden. Sehr schön. Überdimensionales Magazin. Ein Waffen-Mod. Traumsnase. Notenblätter. Notenblätter. Okay, cool. Ach, das war... Das war schön. Wir müssen unbedingt so in unser Lager zurück. Es wird so cool. Wir können jetzt schon so viel machen. Ein Safe, den wir knacken können, weil wir zum Glück die ersten Schlossknacker im Universum sind. Und da drin ist Wasp-Kanone- Herstellungsrezept. Diesen Tank leben tausende... Ach, Wasp im Sinne von Wespen. Auch wenn da Hornissen steht. In diesem Tank leben tausende Hornissen. Nur eine... Echt... Nur ein echtes Schlitzohr würde solch eine... harte und schnelle Strafe meine Fahne loslassen. Ähm... Waffen. Granaten. Waffe. Wasp-Kanone. Dafür bräuchten wir einen Ein-Escherar. Habe ich nicht einen Ein-Escherar? Benötigt verrückter Wissenschaftler zehn. Okay. Ein-Escherar und Giftverknüpfung. Was auch immer das ist, bräuchten wir, dann könnten wir eine Wasp-Kanone machen, die anscheinend wirklich Wespen schießen. Ein Wespenwerfer. Wie ein Flammenwerfer, nur mit Wespen. Ich find's gut. So, wir haben wieder ein paar Level-Up verteilen. Ah, Braxe kriegt der Glück und mehr Tierflüsterer. damit wir die richtig krassen Tiere irgendwann mal machen. Aber er ist auch der harte Hund im Team und gerade eben hatten wir nicht genug harter Hund und wir haben noch genug Punkte, dass wir noch einmal harter Hund upgraden. Na, dann machen wir. Okay. Der Nächste, bitte, Idolem darf nicht, aber Basti darf. Basti kriegt der Achtsamkeit. mehr Scharfschützen und mehr Erste Hilfe auch. So, la. Okay, Fallen Crusader kriegt Stärke nicht vergessen. Piu, okay. 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 Und mehr verrückter Wissenschaftler. Man kann nie genug verrückter Wissenschaftler haben. Und einen Vorteil. Einsatzobjekte. Das sind so Geschütztürme und sowas, ne? Halten mehr aus, machen mehr Schaden. Könnte man, könnte man machen. Könnte man machen. Der hat eh schon die ganze Zeit immer nur die Schrumpfgranaten dabei und ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ähm. Wir haben doch Einsatzobjekte irgendwo. Werden denn die dabei hier wahrscheinlich, oder? Benötigt Mechanik sie? Was? Was? Machen wir mal Plägewelpen. Aber mich wundert es, dass ich gar keine Geschütztürme mehr habe. Ich dachte, da hatten wir eine Attrappe. Warum nicht? die Schrumpfgranaten sind... So. Dann haben wir hier noch unsere Lucia. Was kriegt die denn? Was war denn deine Vermutung, der Domdam, die falsch war? Ach so. Ach so, da oben. Ich wette, da kommen Dutzende Clowns raus aus dem Auto. Ja, das stimmt. Das wäre... Warum eigentlich nicht, ne? Das wäre naheliegend gewesen. Stimmt. Mehr Handfeuerwaffen. Ja. Okay, cool. Uiuiui. Das war irre. Jetzt kommen wir hinter hoch. Wo irgendwie gar nichts ist, wie die da von hinten angreifen können oder so. Da habe ich was übersehen. Ich bin nur noch in die andere Richtung. Hier ist irgendwas wirklich. Warum ist dann hier diese Tür? Warum kann ich hier überhaupt hin und raus gehen? Na. Guck, guck. Na, Jöchen. Ich hätte gerne die Clowns-Kanone da auf meinem Auto. Das wäre cool. Und dann schieße ich meine Teammitglieder raus. Den, den Abraxe. Äh, ich meine, den Idolem. Das wäre doch super. Schießen wir den Idolem aus der Kanone auf die Gegner. Das passt zu ihm, glaube ich. Wild mit seiner, mit seiner, mit seinem Rohr schwingend. Das wäre doch schön. Naja. Vielleicht ein andermal. Also irgendwas stimmt hier wirklich nicht, weil hier ist jetzt der, die Stromzufuhr. Aha. Muss ich jetzt hier wirklich, aber, ach so, hier muss einfach nur wer stehen bleiben. Okay. Ähm, dann, bleibt mal schnell einer stehen. Letche Kaste. Eine Crewgranate. Einen Nitrowerfer. Ein neuer Flammenwerfer. Können wir mal schauen, ob Abraxe den braucht. Passend dazu ein Feuerzeug. Warum nicht? Hey, das ist der Drell Gun. Wie geht's? Noch ein Ballerina-Kreisel. Da findet man mehr, als man braucht sogar. Dass man das Rätsel lösen kann. Steuerflucht für Deppen. Ha! Das hätte ich auch gern. Also nicht, weil ich gerne Steuern hinterziehen würde, aber, weil, ich muss einfach dringend mal zu einem Steuerberater. Ich mach das auch. Das Jahr, mach ich für letztes Jahr meine Steuern noch alleine, aber ab dann geh ich zum Steuerberater. Wer ist denn gleich nochmal unser Toaster-Reparateur? Ich glaub, vorhin Crusader war das, oder? Nee. Wer war's denn dann? Idolem? Ist Idolem unser Toaster-Reparateur? Oder hat sie... Ja, Idolem war's. Yes. Adrian. Token. Mhm. Toast. Sehr gut. Eine Panzerung und Stuff. So. Team. Assemble. Ach, ich hätte jetzt eh... Nein, egal. Okay. Ja, gut. Ich glaub, dann haben wir hier das Clowns-Lager ausgeräumt. Alles in Tod. Ballerinas tanzen. Und den Myron, den lassen wir mit tanzen. Der hat uns nichts getan. Warum sollten wir ihm was tun? Alles ist gut. Ja. Ja. Mit den Steuern wird geklippt für die Anzeige. Das heißt, ich muss dieses Jahr bei meiner Steuer sehr, sehr exakt sein. Wir warten schon drauf. Ich weiß wirklich nicht, was ich da tue. Ich hab keine Ahnung, was ich da immer tue. Das Programm Elster hilft wirklich sehr dabei. Ohne das wär ich sowieso aufgeschmissen. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das alles immer stimmt, was ich da mache. Aber bis jetzt hat's immer funktioniert. Ich mein, die vom Finanzamt würden's mir ja sagen. Ich lösse denen ja alles immer ganz schön auf. Es wird schon immer gepasst haben. Aber ich hab jedes Mal Angst. Wirklich. Weil ich wirklich keine Ahnung hab, was ich da eigentlich tue. Deswegen, ähm, mach ich das ab nächstes Jahr nicht mehr selten. Den Stress tue ich mir nicht mehr länger. Wirklich von der... Ich drück mich mit der Steuererklärung immer bis zum letzten Termin quasi. Ich hab die wirklich letztes Jahr, ohne Witz, an... quasi am Sonntag, bevor das Finanzamt wieder öffnet, um... kurz vor zwölf Uhr mitternachts beim Finanzamt in den Briefkasten geworfen. Und so lange saß ich wirklich noch an meinem Schreibtisch und hab alles noch mal durchgecheckt und alles noch mal irgendwie überarbeitet. ähm... Ja. Und das tue ich mir echt einfach nicht mehr an. Genau, ich warte immer erst und so lange wie es geht und zweitens sitze ich dann von dem Abgabetermin bis ich zurückkriege auf heißem Polen und hab Angst, dass ich irgendeinen blöden Fehler gemacht hab und jetzt sofort dann das Erschießungskommando vor der Tür steht. Natürlicher... Hey, man muss sich echt umschauen. Es gibt hier wirklich auf der Karte Sachen einfach zu entdecken, wenn man ein bisschen genauer guckt, die gar nicht markiert sind. Eines Tages kommt die sechsstellige Rückzahlung. Das wär super. Ich bräuchte nur mal einen Steuerberater, der genauso wenig Ahnung... Äh, einen Steuermenschen beim Amt, der genauso wenig von dem hat, was er da macht, wie ich. Da kommen wir schon irgendwie drauf, dass ich eine sechsstellige Zülsumme wieder rauskriege. Wenn wir nur gemeinsam zusammenarbeiten und keiner weiß, was er eigentlich tut. Ach ja. Es gibt bestimmt dann... Es gäbe bestimmt so ein Ablaufdatum, ne? Das darf das Finanzamt bestimmt nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt zurückfordern und ab dann gehört's wirklich mir. Würde ich ganz schnell irgendwo... irgendwo verschwinden lassen und sagen, wie... Ich weiß jetzt... Weiß ich gar nicht. Muss mal gucken, wo das hin ist. Dann, letztlich, bin ich reich. Das wär so schön. Könnten wir das nicht machen, Finanzamt. Ist ja jeder... Sobald man mal irgendwie ein paar Millionen auf dem Konto hat, kriegt man Steuerbegünstigungen ohne Ende und ich muss hier wirklich... Also, nee. Okay. Ihr findet einen natürlichen Abwassertunnel unter der Autobahn. Spritzen und Flaschen liegen verstreut herum und es riecht nach Pisse. Über Nacht bleiben? Na, ich weiß nicht. Zodiac verstecken und ein paar Reparaturen vornehmen. Okay. Das sorgt dafür, dass der Truck von den Straßen aus nicht sichtbar ist und macht euch an die Arbeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Steuer die letzten Jahre immer zugunsten des Finanzamts gemacht habe. Weil es gibt ein paar so Sachen, die check ich nicht. Zum Beispiel quasi das total verrückt bezahlt irgendwie ja Patreon und Steuern für mich ans Finanzamt. Das heißt, ich müsste das, glaube ich, irgendwie nicht mehr wirklich versteuern, aber muss es halt trotzdem angeben und ich habe keine Ahnung, wie ich das mache und habe es deswegen einfach immer ganz normal zu meinen Eingaben geschrieben und ich glaube, ich habe da immer doppelt Steuern dafür bezahlt, was ich eigentlich nicht hätte machen müssen. Aber da die letzten Jahre eh immer so niedrig waren, die Einnahmen, war es mir ehrlich gesagt immer wurscht. Aber jetzt ab diesem Jahr wird es ein bisschen relevanter und deswegen gehe ich dann nächstes Jahr für dieses Jahr auch zu einem Steuerberater, weil ich mich einfach nicht mehr auskenne mit den ganzen verschiedenen Sachen. Es muss ja wahrscheinlich auch wieder alles unterschiedlich versteuert werden. Was weiß denn ich, ob meine YouTube-Einnahmen was anderes sind, also auf jeden Fall was anderes für meine Patreon-Einnahmen. Ich habe keine Ahnung, wie das mit meinen Steady-Einnahmen eigentlich funktioniert, ob die da auch schon vor Steuerzahlen ich, dann gibt es noch so über Fanartikel oder jetzt habe ich eben auch vor kurzem einen Werbedeal gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin überfordert und habe nur noch Angst, wenn es um das Thema geht und deswegen Steuerberater muss also Mechanik 3 Zeit für erste Schraubarbeiten. Als ihr bereit seid aufzubrechen, ist der Kodiak so gut repariert, wie es ohne Werkstatt möglich ist. Aber der ist doch wie... Na, ein bisschen Knacks hat er überhaupt bestimmt. Wo ist ich denn hin? Da hoch? Ja. 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 Andere YouTuber fragen, wie die das machen. Ja, das stimmt. Wäre gerade bei Patreon wahrscheinlich eine Idee. Aber ich glaube, die sind auch alle bei Steuerberatern. Also, ich habe wirklich Informationen von zwei, drei Leuten, gerade wegen Patreon, machen das alle über Steuerberater. Da zählt keiner selber eine Ahnung. Naja, gehen wir mal ins Ranger-Hauptquartier. Und ich sowieso nicht. war Idolum schon immer so blau? Wahrscheinlich. So. Weiß ich auch nicht. Wir sind in der Werkstatt. Jetzt habe ich mich... Jetzt kenne ich mich erst aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Mit dem Kodiak interagieren. Ob wir den jetzt umbauen können. Er hat wirklich keine schöne Textur. Ich meine, das Auto... Äh, Quatsch. Das Spiel... So ein Top-Down- Strategiespiel muss jetzt auch nicht super aussehen. Aber dem Kodiak hätten sie schon ein bisschen schönere Texturen geben können, ne? Er ist doch irgendwie ein Hauptcharakter so ein bisschen. Naja. Ranger-Hauptquartier verlassen? Nee. Nicht, nicht gehen. Dann reden wir mal mit den anderen Leuten. Hier mit ihr. Private Duncan. Das Kind-Vertigung? Sieht wie eine schlechte Äpfel. Na dann. Das wird das geklärt haben. Mechaniker! Randy! Ich habe nie eine Chance, dass ich dir richtig dankbar für die Nita saveen. Ich weiß nicht, was ich hätte getan, wenn ich sie auch verholt habe. Aber du hältst Nita ein bisschen im Auge, oder? Ich habe kein Bock, dass die hier anfängt, unsere Leute aufzuessen und ihre Finger abzugnagen und was. Ich habe gedacht, wie ich meine Danke zeigen konnte und ich wusste, dass ich mit Fahrzeugen in und weggearbeitet und ihr alle in die Krieg. Es gibt viele Dinge, die ich gelernt habe, wie die Fahrzeuge fixieren und wie sie brechen. Ich zeige es euch. Kennt ihr die Geschichte vom Killdozer? Da muss ich gerade dran denken, als ich unser Auto hier so sehe. Da hat wirklich in den USA einer im Grunde hat, der hat, die Kurzgeschichte ist, der hat sich einen kleinen Laden gekauft, eine Werkstatt und dann kam so eine Riesenfirma und hat da so eine Riesenmall oder irgendwas hingebaut und zwar so, dass niemand mehr zu seiner Werkstatt konnte. Die haben den komplett eingebaut. Die wollten ihm erst sein Land und seine Immobilie abkaufen. Er hat gesagt, nee, will er nicht. Dann haben die ihn einfach umbaut, sodass keine mehr hinkommen und ihn abgeschnitten und dann hätten die ihm nochmal ein Angebot gemacht. Der hat es wieder abgelehnt. Der hat angeboten, dass er selber eine Straße zu sich bauen würde, das deren Bau nicht beeinträchtigt, aber die haben gesagt, nee, das darf er nicht. Und dann hat sich der einen Bulldozer gekauft und hat den umgebaut. War zu einem Panzer zu einer Zerstörungsmaschine. Er hatte Gewehre drin quasi verbaut und den wirklich komplett mit super dicken Panzerplatten gemacht, Kühlsystem, alles mögliche, total irre, hat damit quasi die komplette Baustelle von dieser Firma weggebombt und ist dann noch zu der Presse, die irgendwie schlecht über ihn geschrieben hat und sowas und hat die Gebäude von denen einfach weggewalzt. Der hat keinen dabei getötet, außer letztendlich sich selbst dann im Truck. Aber der hat keinen umgebracht, auch die Polizisten, die ihn aufhalten wollten, aber keine Chance hatten, nicht. Der hat nur Gebäude zerstört und ich finde, das ist irgendwie eine lustige Geschichte. Nicht für alle Beteiligten, aber so, was so drüber redet, wenn man sich das so vorstellt, dass jemand einen Panzer aus einem Bulldozer baut und dann Amok fährt und dabei halt auch keinen umbringt, was auch für dich wichtig ist, dann ist das irgendwie schon auch naja, auf jeden Fall eine krasse Geschichte. So, jetzt kümmern wir uns mal um unseren Killdozer, würde ich sagen. Ich arbeite täglich mit Autos, achso, hat er gerade gesagt. Danke, Randy, schön, dass du da bist. Glück, zu hier. Ich werde bereit, zu gehen, sobald du dieses Bully stammt. Bis zum nächsten Mal. Die Monster sind nicht schlechte Leute, sie machen nur ihre Dinge ihre Weg. Der Bizarre ist besser mit ihnen in charge. Sie kaufen wahrscheinlich nur die Monster-Armee Zeit. Niemand wird den Bizarre von ihnen schneller oder später nehmen. Ah, Fahrzeugwerkbank. Nja, da wollte ich hin. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles machen können. Wir können den auf jeden Fall sehr schnell rotieren. Das ist schon mal wichtig. Äh, Cassis. Da können wir leider noch nix machen. Aber, das gefällt mir. Da hab ich Bock drauf. Ja, Waffe. Können wir schon die Clowns-Kanone verbauen? Die ist auch deutlich stärker. Und die ist eh schon so irre. Aber die ist ja noch mal doppelt so stark. Ich mein, 12 bis 17 mal 10. Und hier haben wir 15 bis 21 mal 20. Mit der gleichen Reichweite. So einfach nur mehr als doppelt so gut. Mein Gott. Sie werden lachen, sie werden weinen, sie werden hinfallen und sterben. Das ist, das ist der Plan. Oh, meine Güte. Einen Mörser haben wir leider nicht. Panzerung, KI-Modul. Schade, ich will mehr, ich will mehr Waffenteile. Oh, wir haben ein paar Deko-Objekte. Wir können entweder oder ach, da oben, ganz klein, ein Wolfsschädel, einen Disco-Bot oder eine Drachenverzierung anbringen. Ich glaube, ich bin für den Disco-Bot. Der passt am besten zum Clown. Was haben wir hier? Ah, die Hupen. Können wir die anhören? Sehr leid. Ich glaube, ich nehme die da. Da muss ich immer an die Simpsons-Folge denken, wo er so übernächtigt ist. Dann brennt das Kraftwerk und er überall Clowns. Ist er da überhaupt übernächtigt oder will er einfach nur aufs Clowns-College? Naja, nehmen wir. Okay, bestätigen. Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn wir da mehr Customization-Optionen haben. Wir haben mal eine Umfrage gestartet und Leute gefragt, vor was sie Angst haben. Hier sind die Antworten. Alex, spinnen, finde ich, ich, Sarah, ich habe Angst vor Hunden, wenn Squidward-Jiter steuern. Ich glaube, vor Steuern hat jeder Angst. der die selber macht. Und vor Spinnen übrigens auch. Hallo, Deathbird, wie geht's? Vor was habe ich denn noch Angst? Vor Steuern, Spinnen und Fördern. Wahrscheinlich. Sonst fällt mir grad nix ein. All we do is take care of those rich motherfuckers. And do they thank us? Fuck, no they don't. Are you crazy talking that way? Fuckin' Giffers. Wer seid denn ihr alle eigentlich? Ich habe doch noch nicht so viele Leute rekrutiert. Ach, aber ich habe doch schon ganz am Anfang so Flüchtlinge hier aufgenommen. Vielleicht. Wir marschhalen, wir marschhalen, und schweeze die O- Mann, ich habe nie gedacht, ich wäre in einer Position zu bedanken, die Outsiders für die Leben zu retten. Aber hier sind wir. Ich weiß nicht, was Brigo intended, aber, ich glaube, du hast mir viel Schmerzen. Also, danke. Danke für eure Hilfe, ehrenwerter Inspektor Delgado. Ich weiß nicht, warum wir grad Floral benutzen. Nachdem, was du für mich getan hast, ist es ein Freude. Ich war nie mehr glücklicher, zu einem Ordner zu folgen. gefällt euch hier? Es ist okay. Ich kann nicht schweigen. Zeig mal, was du hast. Glücklich, schau mal. Okay, hier können wir Munizierung kaufen, einige Rüstungsobjekte, die wir brauchen. Ein, ein Scharfschützengewehr, das eventuell echt interessant sein könnte. Der Unterhändler. Unterhändler. Wo ist denn unser Scharfschütz? Jetzt ziehe ich halt leider nicht. Ich würde die jetzt gern vergleichen können. Ups. Aha, es geht. Und, meine Güte, ist der Unterhändler zufällig fast doppelt so gut, wie das Schweinegewehr. Oh, meine Güte. Bastian, Basti, ist jetzt, glaube ich, ungefähr, krass. Gleiche Reichweite. Aua, das schießt mit Energiezellen. Okay, kein Problem. Haben wir, können wir kaufen, können wir herstellen. Wie viel kostet's denn? Wo steht der Preis? Ach, da oben. 400. Das sind gerade mal 10% nicht mal von dem, was ich habe. Kaufe ich. Patsching. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Kaufen wir gleich noch ein paar Energie. Ist aber nicht billig. Ich kaufe trotzdem mal ein paar. Okay. Okay. Oh, ich könnte hier mal die ganzen Waffen, ich habe so viele Waffen, die ich ganz sicher nie wieder brauchen werde. Erstmal verkaufe ich den ganzen Müll. Und wir sind wieder reich. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich kriege in zweieinhalb Wochen ein neues Katerchen zu meinem desaströsen Trio dazu. Ah, das ist cool. Das ist immer schön. Ein Kätzchen im Haus ist im Tunnel. Man vergisst aber, finde ich, wir haben ja auch drei Katzen, man vergisst, wie anstrengend so kleine Kätzchen schon auch die ersten Wochen sein können. Aber auch super niedlich. Sodala. Ich verkaufe jetzt mal die ganzen Nicht-Artefakt-Gewehre, die wir nicht brauchen. Weil wir die entweder doppelt und dreifach haben. Oder einfach schon bessere Sachen haben. Das betrifft so ziemlich alles hier. Bin mir nicht sicher bei der Laserpistole. Ich heb die mal noch auf. Und so ein paar Sachen. Das ist ein schweres MP, ne? Das ist schlecht. Hab ich schon probiert, das ist wirklich schlecht. da auch die ganzen Rüstungen kann ich mal wird's übersichtlicher. Stimmt. Stimmt. Ich hab ja da noch einen Helm. Sehr schön. Ey, und den Helm hebe ich auch mal auf. Ich frag mich, ob das nicht was für uns ein eibler sein kann. Okay. Alles andere hebe ich mal auf, weil wir sind eh ziemlich reich. Das ist einen halbgrob, der braucht wen seine überschüssige Energie los. Ja, ja, genau. Das kenn ich auch. Als wir unsere dritte Katze geholt haben, waren die beiden auch schon nicht mehr in dem adolescenten Alter. und hatten auch schon nicht mehr so viel Bock zu spielen. Das hat auch lange gedauert, bis sich das zwischen den dreien dann eingependelt hat. Und der Kleine, der mittlerweile viel größer ist als die alten Katzen, ist immer noch total bekloppt. Obwohl er jetzt auch schon drei wird. Mein Gott, die Zeit vergehen. Na gut. War mir eine Freude mit dir zu handeln. Kommen wir mal, wen wir sonst noch so in unserer Basis haben. Ich liebe den Flavortext in dem Game. Das war nicht so gut. Far Cry 4 meiner Meinung nach. Geil. Und den von Far Cry 4 weiß ich jetzt gar nicht, aber ich finde den auch sehr lustig. Amba, wer war denn das gleich noch? Der Kopf dieser Frau ist mit Bandagen eingewickelt. Ihre Atmung ist flach, aber stabil. Okay, wartet mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz, bevor wir irgendwas anderes machen. Genau, du kriegst jetzt ein neues Gewehr. Guck euch das mal an. Mit elektrifiziertem Lauf. Ich weiß nicht, welchem Sinn das machen soll, aber ich finde es geil. Ich frage mich, ob der Helm nicht vielleicht auch was wäre, wenn ich endlich wegdrücke. Weil 15% gegen Tiere schön und gut, aber als Sniper braucht er die Panzerung nicht. Dafür kriegt er höhere Wahrnehmung und höhere Trefferschance und das braucht er als Sniper schon. Ich mag die Schweinemaske echt gern, aber ich befürchte, müssen die Masken tauschen. Warte mal, hab ich hier... Nee. Sehr schön, und vollen Crusader kriegt jetzt den coolen Camtech-Helm. Yeah. Sehr schön. Deine Computerstimme im Helm informiert dich alle 30 Minuten über deinen körperlichen Zustand. Die kann nicht deaktiviert werden. Ja, wie man das kennt von solchen Sachen. Yeah. Das ist schon cool. Ich meine, Plus-1-Mechanik und Plus-2-Panzerung ist schon gut. Gerade Plus-1-Mechanik ist super. Aber der Helm hat anscheinend eine noch bessere Panzerung, der Heilrate und Widerstand gegen Gift. Ich weiß nicht, warum ich hier unbedingt den Helm aufsetzen wollte. Ich meine, die Panzerung ist der Hammer, aber ehrlich gesagt, so gut auch wieder nicht. Okay. Wahrscheinlich einfach nur, weil es ein dedizierter, verrückter Wissenschaftler-Helm ist. Den muss natürlich unsere verrückte Wissenschaftlerin tragen, die auch einen Raketenwerfer bin. Warum nicht? Raketen? Oh ja, das stimmt. Wir könnten ein paar Raketen brauchen. Geld hätten wir. Wer ist wieder da? Inspektor Delgado, wer hat Raketen im Angebot? Also hoffentlich. Es ist okay, ich kann nicht schmerzen. Glück, zu. Schau mal. Schau mal. Hey, Rangers. Ich bin hier am Ende. Es wird lange dauert, aber ich glaube, eine aktuelle Bezüge aus diesem Ort machen. Ich muss nur ein paar Bezüge für Equipment und Bezüge. Ich finde auch super das Ganze. Also Fallout New Vegas gerade der DLC ist so genial. Also ich finde wirklich der, wie heißt er denn, mir fällt der Name gerade nicht ein, der verrückte Wissenschaftler Gehirne DLC von New Vegas ist absolut Beste, was Fallout insgesamt jemals gemacht hat. Das ist einfach der Hammer. Der ganze DLC vom vorn bis hinten, einfach nur der Hammer. Naja. Hallo, Asar, wie geht's? Ich wollte mal fragen, wie du das Game hier so findest. Wasteland 3, ich finde ziemlich super. Es ist auf jeden Fall mit Abstand das beste Wasteland. Ich finde es viel besser als das zweite auch, obwohl ich das auch mochte. Ich glaube, wenn man so die Retro Fallout Spiele mochte oder einfach auch so rundenbasierende Strategie mit RPG-Elementen ganz stark, dann ist das ein Superspiel. Es ist ja oldschoolig, ich weiß jetzt nicht genau, ich kann es nicht einschätzen, ob jemand, der jetzt zu dem Genre von diesen Top-Down rundenbasierenden RPGs gar keinen Bezug hat, damit warm wird, aber ich finde es wirklich super. Wenn du jetzt Träume braucht, dann glaube ich, ich bin bereit für das. Was braucht ihr? Okay, alles ist gut. gut. Für jetzt. ist nicht gut. Äh, hast du irgendwelche, nee, brauchen wir eigentlich. Okay, ist egal. Fine, just don't get shot up out there and make more work for me. Wer bist du, äh? Hi, Rangers, danke für mich für die arbeiten. Das ist so spannend. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dich zu rekrutiert haben. Ich rekrutiert zu haben. Weder noch, aber hallo, freut mich auch, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Gefällt dir die Arbeit? Was denkst du über Doc Parker? Er ist wunderbar. Er ist fast wie Dr. Finster, aber ohne all die, ähm, äh, äh, Ah, doch, warte mal. Oh, ich kann mich vage erinnern. Hatte das nicht was mit dem Klonen zu tun? Ist er nicht ein Klon? Ist er nicht einer von den Klonen? Aus der komischen Mission mit den ganzen Klonen? Woran arbeitest du grad? Well, ich embarkere an ein extensives Petrock Breeding Program. Old World Blues hieß der DLC von New Week genau danke das ist mir wirklich jetzt überhaupt nicht eingefallen. So far nothing but I have hope. Kannst du einen von uns klonen? Ähm, yes, theoretically. I can have the machine take your genetic material and run the process but no guarantee what comes out the other end. I did make a few tweaks to the process though. So whatever it is probably won't be so angry. moment moment kann der wirklich jetzt ein von uns klonen? Okay, well how exciting but before we start one tiny caveat the process requires special genetic material and I've only got enough for one clone so if anything happens to our new friend try to recover its remains so we can reuse okay aber immer nur ein gleichzeitig quasi verstehe aber Aber wer denn jetzt von uns als ihr eure Handflächen wir alle wir alle gleichzeitig oder wie auf die Kontaktstelle von euren Maschinen legt fühlt ihr einen kleinen Nadelstick und zeigt euch eine rosa pulierende ananas große Schleimkugel und wirft sie dann in die seitlich der Maschine Ja aber wen denn jetzt aber der Klonprozess läuft schon der Zug ist abgefahren wenn ich klonen wir jetzt den mit dem wir hier reden oder wissen das ähm vollen Crusader wahrscheinlich schnurrt besurrt und rasselt und ein paar Minuten oh es ist schon passiert da ist jemand das ist der ganz schön hinterher ledlich öffnet sich die tür und ein schwall übel riechender lila flüssigkeit ergießt sich gefolgt von einem grau häutigen haarlosen und leimbedeckten Lohn hallo anectas wie geht's ähm hallo klon ist jetzt ist jetzt der klon einfach ein team was ist jetzt los aber nicht wirklich aber der klon läuft uns jetzt hinterher guckt euch mal unsere armee an die wir haben wir haben nicht nur unser sechs Mann und Frau Ranger Team sondern wir haben eine Cowboy Katze eine Ziege einen super fluchenden Papagei einen Cyborg hohen irgendein Kerl der uns mit einer Pistole nachläuft und uns in den Kämpfen hilft und ich habe keine Ahnung wer der ist weil wir ihn irgendwo befreit haben und einen Klon einen nackten grauen Klon der Wab Wab sagt wenn ich die ausrüsten könnte aber ich weiß gar nicht ob ich ihr Waffen in die Hand geben will aber das ist schon ziemlich cool ich mich beunruhigt immer noch dass wir in unserer eigenen Basis hier unten so einen Bunker haben den wir nicht öffnen los knacken unmöglich das kann nichts hoffentlich war keine Fliege drin habe ich erst vor kurzem wieder gesehen die Fliege ist schon immer noch ein toller Film finde ich und vor allem die Special Effekte ich mag einfach so Kostüme und Animatronik ist mir immer noch nennt mich altmodisch aber ist mir immer noch tausendmal lieber als die besten CGI Effekte so gute Animatronik ist einfach der Hammer gerade für damalige Verhältnisse ist der absolute Hammer hey November ich habe eine Delivery für warum bin ich November dann haben wir das beschlossen ich will lieber Februar sein oder September da ist es nicht zu heiß aber auch nicht zu kalt diese Gruppe ist irgendwie beunruhigend besonders der Kerl der dir nachläuft ohne dass du was mit ihm machen kannst ja keine Ahnung ich habe den halt irgendwie befreit und der ist dankbar und von hinten erinnert hast du hast du lieferungen für un ein container Der Karavaner hat einen Container voll von Goodies ausgelöst und gesagt, dass du wieder für die Schaffung bedankst. Ich habe Freunde in den Marschallern, der Patriarchs-Palace-Guard und ein paar lokale Militien. Sie haben immer mehr Leute, die anrufen, als sie für die Positionen haben. Also habe ich gefragt, dass meine Freunde alle auf ihrer Wartungsliste anrufen. Ichiban, in den habe ich mich echt so ein bisschen verliebt. Da habe ich einen Mancrush. Der ist einfach so cool. Der ist so sympathisch. Der ist wirklich ne... ne... Auf Anhieb eine meiner Lieblings-Videospielfiguren geworden, der Ichiban. Den finde ich wirklich super. Den mag ich einfach echt gern. Nun, einige dieser Leute sind sicherlich, äh, weniger als Top-Grad, sicher. Aber die meisten werden solidere Rekruten, bereit und bereit zu lernen. Ihr müsst euch wählen und wählen. Wir haben Pikachu's auch noch. Jetzt sind wir unaufhaltsam. Donnershock! Donnershock, das ganze Ödland! Ich muss unseren aktiven Ranger verwalten. Natürlich. Lass uns mal schauen. Da geht's. Was anderes? Wenn du unser Sicherheitschef wirst, wollen wir mehr über dich wissen. Das ist wahrscheinlich ne gute Idee. Happy to tell you what you need to know. Sir, I... I have heard stories about you all my life. It is a tremendous honor to meet you in the flesh. Ich fänd das so cool, wenn dieser Klon so ne Art selbständiger Begleiter wär, der jetzt dann auf dem Schlachtfeld einfach irgendwelche Waffen aufhebt beim nächsten Kampf und das Beste automatisch anzieht, was er so findet, was so am Boden liegen bleibt und sich selber hochlevelt. Einfach so, ne? Auto-Bot-Begleiter oder... Wolf nicht so unfähig. Und ich, äh... Entschuldigung, dass ich nicht... mit den Storien leben kann. Einige von ihnen, äh... können sie, äh... strengen und erzählen. Jetzt. Was wollen Sie alle wissen? Ich werde hier sein. So, hier waren irgendwie ein Haufen Monster drin, aber hier ist sonst noch nichts Neues. Vielleicht habe ich da nur die richtigen Begleiter noch nicht gefunden. Oh, nice place they got here. Ähm... Classy. Huh? Who, who's that? Is this a talking head? Der muss wichtig sein. Ragers? What are you doing here? Well, I heard you was off in Colorado or somewhere. Welcome back. Well, this calls her a drink. Cheers! Oh, good stuff. Is that you, Ragers? Oh, I ain't seen you in a donkey's age. Ah, this calls her a drink. Cheers! Hey, who drank my Squeezins? What kind of a place is this? A. G. Is this a fish? Is this a fish? 은 a fish? Oh, I can't eat this. E CU What do you know? I've already had a liver disease. For years. In this report. Haha, that's great. Oh, that's great. Oh, this is really good. I got a boid. Ich habe schon lange keine Leber mehr, von wegen Leberschäden. Das ist eine gute Reaktion. Aber wir sind nicht wieder aus Colorado zurück. Wir sind immer noch in Colorado. Du bist in Colorado. Ha, 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 ha. Du hörst, du bist getrunken. Wenn wir in Colorado waren, dann würde es Schnee überall in einem Ort. Und du wirst alle bemerken. Porcas. Okay, und wer bist du? Und was machst du hier in unserer Bar? Komm schon, Rangers! Du kennst mich, es ist Scotchmo! Dein Freund! Ich habe mit dir gespielt. Ich hoffe, dass du all diese verdammten Roboter bekommst. Wir sind Team November. Du kannst mich nicht mit diesem Stumpf schocken. Ich weiß, wer du bist. Was meinst du, wie ich hierher gekommen bin? Ich bin hier den ganzen Tag. Wie kamst du hier? Du hast einen Stumpf schocken. Du hast einen Stumpf schocken. Insofern, zwei Minuspunkte für dich. Nun, du kannst gern bleiben. Gönn dir einen Drink. Ich bin hierher, ich bin hierher. Ich bin hierher, ich bin hierher. I wanna be a Ranger again. Just like before. I know you Rangers been going through hard times. So I'm doing my pastriotic duty again, offering my services as a tired and true veteran. Was sagst du? Oh, verdammt! Gib mir eine Schlange und... ...spiel mich an die Schmerzen, ich... Bereit? Lied auf, Ragers! Yay! Okay, Lucy, ja. Du bist wirklich einfach nicht so gut irgendwie. Du stirbst dauernd, du hast keine Reichweite. Marshall, no, haut wenigstens rein. Aber guck dir mal deine... ...deine HP an und so. Ja, vielleicht habe ich dich ein bisschen verskillt. Kann eh sein, aber... Okay! Neuer Begleiter Scotchmo! Yes! Kommen wir gleich mal! Der hat zwar einen echt coolen Style, aber ich befürchte, wir werden den trotzdem ausrüsten müssen auch. Und hochleveln. Oh, guck mal! Steck gleich mal da! Ähm, mit... ...mit einer Schrotflinte und seine Schnapsflasche ist mit der fusioniert. Wahrscheinlich sollte er die nicht in der Hand halten. Aber guck mal, wie schön die Flüssigkeit in der Flasche simuliert wird. Genau in der richtigen Lage. Schön. Okay. Ach! Das... Ich glaube, den Schnaps haben wir jetzt wirklich von ihm bekommen. Über 36 Züge lang 25% Nahkampfschaden. Sehr schön. Weltberühmte Marke. Der mag anscheinend Schrotflinten. Der ist auch schon ein bisschen vorgeskillt, oder? Ja, und wie. Handfeuerwaffen. Ah, perfekt, ey! Den habe ich ja wirklich dann ziemlich gut mit der Lucia ersetzt. Aber... Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was Lucia konnte, was sonst keiner kann. Also, handeln kann bei unserem Team niemand. Okay. Ein Händler könnte man vielleicht brauchen. Führung kann auch keiner, aber wir brauchen keine Anführer. Wenn da Feinde sind, schießen wir drauf. Fertig. Fertig. Okay, Arschkriegen brauchen wir nicht. Harter Hund brauchen wir nicht. Ah! Stimmt! Waffenmodifikation. Na gut, aber das ist nicht so wichtig. Überleben. Puh! Überleben können wir, wenn wir tot sind. Rüstungsmodifikation. Okay, ja. Okay, passt schon. Flösser knacken könnte Scotchmo auch ganz gut, aber das muss er gar nicht. Das macht Idolem schon. Hinterhältiger Scheiß kann Marshall No sehr gut. Dann konzentrier du dich voll auf deine Handfeuerwaffen. Machen wir dich zum Handfeuerwaffen-Held. Ich seh schon, der wird genauso nutzlos. Wie die Lucia. Schrotflintenangriffe verursachen 25% Schaden für jeden Gegner. Ah, je mehr... Okay. Ja, das nehmen wir. Je mehr Gegner an einer Stelle, desto mehr Schaden mit Schrotflinten. Kann seine Schrotflinte eigentlich was? Ist die gut? Es ist auf jeden Fall eine Artefaktschrot. Die Werte kommen mir nicht gerade überragend vor. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich auch keine bessere. Das ist wirklich ein bisschen blöd, weil die eine, die ich hatte, die hat jetzt die Lucia halt. Wo kann ich denn mein Team wieder wechseln? Ich würde die gerne nochmal zurückholen, um ihr die Schrotflinte wegzunehmen. Naja. Schauen wir mal hier rein. Nö. Nö. Die Aussehen anpassen. Hä? Ach so. Und... Ich verstehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, jetzt... Ah, dann kann man die Figuren sogar umbauen. Das ist eigentlich ganz cool. Wisst ihr warum? Ich habe nämlich am Anfang, als ich die Figuren gebaut habe, Abraxe knallrot gemacht. Idolem knallblau. Und dann habe ich vergessen, dass ich jedem eine eigene Farbe geben wollte. Dann erkenne ich die auch besser. Dann machen wir jetzt weiter. Machen wir hier jetzt nämlich grün. Knallgrün. Nicht sehr knallig. Sehr gut. Rot, blau, grün... Und... Weiß ich noch. Blau, grün... Und... Blau, grün... Und... Und... Gelb. Ja. Schon... Kämmt man die viel besser auseinander. In der Farbentechnik. Das finde ich... Was denkst du? Schraubt gut, oder? Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Wie geht's den Gefangenen? Isaac und seine Freunde haben keine Probleme gewesen. Ich weiß, dass sie sehr schrecklich stupend waren, sogar wegen der Metrik von hartgeräten Teenager. Aber jetzt sehen sie die Errung ihrer Weg. Sie, die hier zu sein... Außerhalb der Schrauben in den Garten zu schlafen, oder auf diesen neidmarschigen Pillaren, ist das, was wirklich Justiz aussieht, Rangern. Ach, du überlegst grad zwischen Disco Elysium und Wasteland 3, was du dir kaufen sollst. Beides Superspiele. Wenn du eher den rundenbasierenden Kampf magst und so klassische Rollenspielelemente, nimm Wasteland 3. Wenn dir die Story und das Writing wichtiger ist, dann nimm Disco Elysium. Das wäre meine Empfehlung. Ein paar Zellen hätten wir noch frei. Was hab ich getan? Was hab ich getan? Und dir sind sehr, sehr viele Leute tot. Ich hoffe, dass du Augen auf der drüben der Kopf hast, Rangern. Wer sitzt da bei... bei... Brian... Brian Brago mit drin? Kann ich nicht reden. Ach, ist das der... der Kerl, der so tut, als wäre er Schotte, aber ist gar keiner. Lebt der noch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach, da steht die Lucia. Guck. Warum wollen diese Refugee hier überhaupt leben? W-w-w-wann nicht? Es gibt noch keine Justiz in der Welt, nicht wahr? Lass uns gehen. Okay, so. Jetzt wartet mal. Lucia. Nix Persönliches. Eben kurz deine Schrotflinte wegnehmen. Ach, die Ausrüstung kann sie behalten. Das passt schon. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Clowns-Kanone. Moment mal, da ist noch ein Händler. Ah, du! Oh! Oh! Ist bin ihm wirklich so wichtig. Ranges, Manners, Manners are what separates man from bedraggled beast. Why the very implication of such a question. Let us both seek wisdom in the book of nauseatingly correct manners. Chapter 16. Pernicious Pleasantries, Line 33. It is of the utmost importance that manners come from deep within your being. For if those pleasantries are ever false, your very soul will be consumed by your depraved rudeness to your fellow men. So you see, Rangers, Manners are critically important in everything you do. I hope dearly that I have answered your question. Let us never speak of this again. Felicitations. Wie steht's hier so um unseren Ruf? I would say your reputation has improved dramatically. I haven't heard an impolite word about Team November in quite some time. Quite some time. Kann ich mal deine Bahnen sehen? Of course, Rangers. It would be impolite not to share such tremendous deals. Apropos Smoking. Smoking. Devices. Knuckle. Pflegebürste. Schnurrbartwachs. Na ja, dann. Alles was man so braucht, hat er. Ja. Bestimmt. Hope you catch that victory kid soon. Before he hurts somebody. Come say hey we are free. I'm new. Level aboard. Hello Rangers. Ähm. Permission to speak? Ja, klar. I just wanted to say thank you again for saving my life. If you hadn't talked to Judge Watkins. Well, I wouldn't be here. And I'm really happy to be here. Der rothaarige Kerl in meinem Gefängnis, das ist so ein Easter Egg, das sich durch die Wasteland-Reihe zieht. Der ist nach Brian Fargo benannt. Quasi einem der Fallout- und auch Wasteland-Gründer. Weil der heißt eben Frein Brago. Einfach, also die Anfangsbuchstaben vertauscht. Und der hatte halt schon damals im ersten Teil, wo man ja noch nicht so viel Farben und Pixel-Grafik zur Verfügung hatte. Ich glaube, den gab es schon im ersten. Äh, hatte der eben auch schon so knallrote Haare und sah halt so aus. Deswegen, ähm, gibt's den jetzt wieder und immer noch. Und der ist irgendwie auch schon irgendwie 100 Jahre alt oder so. Aber naja. Ich muss mal ganz kurz googeln. Aber ich glaube, im ersten Teil kam der zum ersten Teil. Brian... ...Brago... ...Race Dan. Brian Brago. Nee, Farren Brago heißt er. Ja, genau. Wartet mal ganz kurz. Ich hab kein Greenscreen und nix eingerichtet. Aber ich mach mal kurz die Kamera an. Kann ich euch das zeigen? Uh. Ups. Das war falsch. Ah. Hallo. So sah der quasi im ersten Teil aus. Und jetzt? Sagt er quasi so aus. Genau. In Wasteland und Wasteland 3 kommen davor, aber nicht in 2 anschauen. Okay. Da, Kamera aus. Action! Ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte. Danke. Oh, und äh... Mom, danke dir auch. Ah, jetzt weiß ich, wer das ist. Hast du den Preis von der Bürste gesehen? Nee, auf die Preise hab ich gar nicht geachtet. Ist das alles so lächerlich teuer? Ja. Ich würde sagen, du... Ich würde sagen, du... Ich würde sagen, du... Natürlich, Rangers. Ich würde sagen, du... Ich würde sagen, du... Ich würde sagen... Und Idolem kriegt plus 1 permanente Toaster Reparatur. Und ich wollte eh mal gucken... Weiß gar nicht, ob die hier... Ach ja, die sind hier dabei. Ich habe nämlich, glaube ich... Ah ja, genau... Cyborg-Technologie. Wir bräuchten dringend irgendjemand mit Cyborg-Technologie. Da wäre Fallen Crusader predestiniert, finde ich. Dann hätten wir hier schon eine Leberbox, ein künstliches Organ. Meine Güte. Scotchmo, ich habe eine Leber für dich gefunden. Wir haben eine neue Leber im Inventar. Wir müssen dich nur irgendwie zu einem Cyborg machen. Und dann hast du wieder eine Leber und kannst so viel trinken, wie du willst. Mit deinem One-Way-Schild als Nahkampfwaffe. Wäre das nix? Wäre das nix? Wer ist denn unser harter Hund? Bist wohl eh unser harter Hund. Okay, naja, gut. Oh, wer ist denn unser bester Waffen- und Rüstungsschmutz? Hier. Hab ich mir schon gedacht. Du hast jetzt das Stethoskop. Das bringt plus 1 erste Hilfe. Schon ziemlich cool. Aber ich glaube, du kriegst lieber hier das Reparaturset. Überleben plus 1. Ja, keine Ahnung. Das macht zwar keinen Sinn, aber ich gebe denen mal auch noch Sachen, damit die was haben. Sehr viel Rüstung haben wir ja nicht gerade. Aber. Äh. Hilfe. Aber da er noch gar nichts hat, wäre wahrscheinlich der Werkstattbrustpanzer schon besser für ihn. Ja. Ich fürchte, die Schweinemaske ist sogar noch besser. Aber. Ich würde es echt fast gern unsichtbar machen. Sonst erkenne ich ihn nicht wieder und er sieht so lustig aus. Ja, ne. Das kann er schon. Das kann schon sichtbar bleiben finden. Okay. Okay. Hosen finden wir für dich auch noch. Ich meine, wir hätten Theorie diese sexy Stiefel. Unter seinem Trancecoat sieht das natürlich besonders gut aus. Aber die haben halt nicht mal irgendwelche Werte. Insofern bringen die auch wirklich gar nichts. Und deswegen sieht das sehr kalt aus für die eisige Luft da draußen. Ja. Hey. Wer ist hier in charge? Ich habe ja schon gesagt, wir alle hier. Wer bist du denn? Garry Wolf, Freelance-Security-Consultant und Synth-Hunter. Ich habe eine Proposition für dich. Wart ihr schon in der Ranger-Zitadelle? Ich helpt die Rangers während der ganzen Cochise-Debakel. Sie könnten sich stark auskommen, wenn sie mich hörten. Too bad. Was wird dir? Das war's. Was ist denn so schlimm an Synths? Ich hab einen bisher erst getroffen in Wasteland 3, der war sehr witzig und ziemlich cool. Erzähl mir was über Koch-Ochis oder wie auch immer du das ausgesprochen hast. Are you kidding me? Koch-Ochis ist der Ranger's greatest enemy. A super-computer that almost exterminated them twice and which built an army of Synths to kill every last human on Earth. Rangers aren't training their recruits at all these days, are they? Äh, erzähl... Ne, Quatsch. Der Synth heißt Oktober 11. Und warum hat Daisy dir ein Jagdverbot für Colorado Springs erteilt? We cornered Eleven downtown and tried to take it out quietly. But there was a snafu and we had to open fire. Shot up the street. Wounded some Sivs. Silly bitch wouldn't listen when I warned her about the Synth. Acted like we were the problem and sent us packing. Fuck her. Hey now, that's my ex-boss you're talking about, Hoss. Lucky you quit then. She's a Frag-Candidate for sure. Ach ja, ich halte dich auch für ein Problem, Gary Wolf. Aber wenn das stimmt, was du mir über Oktober 11 erzählst, dann ist der mindestens genauso ein stimmes Problem. Warum nicht lösen? Wie fern hilft uns das Ausschalten von Oktober 11 dabei, die anderen zu... All Synths got a radio in their heads. Let them communicate long distance and triangulate on each other. Once I crack Eleven's head open, I'll hack it for their locations. You want to go after the others too? I'll make it worth your time. Na gut, setzen wir diesen Synth mal auf unsere Liste. Haha, add it to your Liste? Ought to be your top priority. Ja, ja. Meine Güte, ist das ein unsympathischer Kerl. Ich werde mal mit Oktober 11 sprechen. Können wir ja umdrehen. Das ist umdrehen. You'll know, you're near it when you start here in weird static on your radio. Squad, add it. You think that chicken is edible or will we be picking wires out of our teeth? Wir haben hier Wölfe. Wir könnten Wolfsrudeln draus machen. Ich muss mein Tier begleitern. Hey, stimmt, Abraxia ist ein bisschen besser geworden, wenn es um... ...de Zähm geht. Vielleicht haben wir Platz für einen Wolf. Ich glaube nicht. Aber hier sind Müllhaufen. Die nehmen wir mit. Können wir noch graben? Hundescheiße. Natürlich nehmen wir das mit. Bist dir nicht sicher, warum du sie aufheben solltest? Einpacken. Ein Rezept haben wir entdeckt. Haha. Und noch eine schimmelige Socke. Lassen wir hier nicht alles. Ich meine, es ist gefrorene Hundescheiße. Ich finde, das macht es ungefähr mindestens 5% weniger ekelhaft. Hä? Was ist das hier? Handgefertigtes Ritterkostüm und handgefertigtes sauberer Kostüm? Warum? Und ein Wissensbuch. Gefaltetes Papier. Umschlaggestoffe. Durchgestrichene Wörter. Aha. Kann man aber nicht lesen. Jetzt die Kostüme. Ach. Sind die Zaubererkostüme und so? Ist das was für ein Charaktereditor? Ich versuche vielleicht noch mal kurz zurück zum Spind. Nur mal zu gucken. Ich meine, mit der Rüstung, die die anhaben, ist das wenig. Ich meine, mit der TomCapt und Polly waren ja Begleiter von Lucy. Aber mit der TomCapt muss ich mitnehmen. Und Polly auch. Ich meine, mit der TomCapt zählt nicht wirklich als richtiger Tierbegleiter. Ich glaube, der ist irgendwie eine Extra-Wurst, die man zusätzlich haben kann. Aber wo sind meine anderen beiden Tierbegleiter eigentlich? Hackett's Leute sind nett genug. Sie sind wirklich unter Fuß. Ich würde fast gern... Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube fast, das Robohuhn würde ich am ESG dir lassen. Ich brauche etwas Hilfe! So, was ist denn? Ich brauche etwas Hilfe! Ja! Ähm, warum brauchst du dafür die Ranger? Und wo ist deine Frau? Ich glaube, sie ist vorbei bei der großen Entrennung. Ich bin nicht sicher, weil wir wissen, dass wir, wenn wir zu nahe sind, wir werden in Walshmeeren. Ich mag sie ein bisschen. Warum würde jemand so etwas tun? Ich weiß nicht. Einige Psychose haben uns in unsere Gruppe gespürt und uns rausgebracht. Wir alle wohnen mit Bomben aufgelastet. Ich bin nicht sicher, dass wir die Bomben aufgelastet haben, wenn sie uns gesagt haben, wie die Bomben gearbeitet haben und wir uns gehen lassen. Meine Freunde... Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es gab viele von ihnen überall. Warte, es gibt eine spezielle Trigger. Du musst beide Bomben auf dem gleichen Zeitpunkt desarmieren, oder sie werden explodieren. Das Gleiche, wenn wir zu nahe sind. Bitte, sende Leute an meine Frau, sodass du sie am gleichen Zeitpunkt aufgelastet hast. Oh, das klingt super kompliziert. Wahrnehmung 4. Bevor du zurücktreibst, konntest du einen Blick auf die Bombe werfen. Es scheint, als ob die Bombe aus Papierrohren besteht. Die rot angesprüht und mit einem Handfunkgerät mit normaler Schnur verbunden. Mal sehen, was sich machen lässt. Danke, Rangers. Wir glaubten, wir waren sicher sicher tot. Was ist? Gibt es die Frau überhaupt? Siege! Ich würde dich gerne mitnehmen, Siege. Ich glaube, du musst hier bleiben. Vielleicht bleibt ihr ja wenigstens wirklich hier, hier. Mein Robohoden ist auch irgendwo unterwegs. Aber ich will unbedingt Poldi mitnehmen. Ich bin glücklich, dass ich diesen Job landet. Mutter! Gut, Riddens! Besser mit dir, GON! GON! Aber irgendwie kann ich... Poldi will, dass ich dich schlafen kann, Pee! Ich bin... Kann ich Poldi nicht mitnehmen. Ich verstehe das nicht. Können wir die Ziege doch wieder mitnehmen. Ah! Jetzt verstehe ich. Weil, ah ja, die Zählen eben, die funktionieren eben auch ein bisschen anders wie Major Tomcat. Major Tomcat ist einfach was sehr Besonderes. Wahrscheinlich muss ich auf Poldi... Ihr Zählen einzeln. Ah, aber wir haben schon ein Tierbegleiter, und zwar das Robohuhn. Aber jetzt kenne ich mich wirklich gar nicht mehr. Warum konnte ich denn vorher jetzt die Ziege des Robohuhn und Major Tomcat haben? War das ein Bug? Kann man bitte wieder den Toaster reparieren? Ja. Jetzt verstehe ich's wirklich gar nicht mehr. Okay, 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 jetzt versuche ich nochmal was. Jetzt passt auf. Wartet mal. Major Tomcat. Fortschicken. Ich bin gespannt. Ihr Zähm. Ihr gezähmt. Oh, wo ist jetzt Major Tomcat hin? Ihr gesetzt. Er war doch gerade noch hier. Jetzt weg, weg. Nein, Leute, wenn der jetzt ganz weg, weg ist, fände ich das absolut nicht cool. Das wäre schrecklich. Ich finde ihn nicht. Wann hat's denn das letzte Mal gespeichert? Oh Gott. Mein letzter Schnellspeicher ist schon mal über eine Stunde her. Ähm. Autosave? Wie geht's mit Autosave aus? 20.30 Uhr? Um Himmels Willen. Wenn ich jetzt Major Tomcat für immer weggeschickt habe, dann bin ich aber sehr traurig. Was ich schreibe. Ich kann's mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen. Ach, da ist er. Na, ist schon gut. Hey, November. Er zählt als Tierbegleiter, wenn man ihn im Team hat, aber nicht, wenn man ihn noch zusätzlich aufnimmt. Super weird. Was willst du denn? Hey, ich fühle mich jetzt viel besser. Bereit, um zu helfen, in der man kann. Kennen wir uns? Ach, die wär auch ne Begleiterin. Vermisst du Arizona? Oh Mann, mehr als jeden Tag. Dieses Ort ist schön und alles. Ein bisschen majestisch, mit all den Mauten und wildem Wetter, aber es ist schwierig, wenn ich weiß, dass alle nach Hause sterben sind. Er hat anscheinend auch den Anfangsangriff überlegt. Äh, wir gehen raus. Was? Wir könnten dich da draußen brauchen. Willst du mitkommen? Ach was, die ist ne Begleiterin? Interessant. Sieht auf jeden Fall cool aus. Sie hat ein gigantes Gewehr als Waffe. Scharfschützengewehrmechanik und Tierflüsterer kann die. Ach, weißt du was, Marshall? No, du bist eigentlich echt cool und nützlich, aber es hat Zeit mal für neue Begleiter. Da hab ich so viel rumgebastelt, damit ich alle Tierbegleiter wieder einpacken kann, oder einige davon. Wichtigst. Jetzt haben wir noch mehr Tierbegleiter und ich glaub, sie hat auch einen Scharfschützen. Ja, pass mal auf. Zieger! Ach so, genau. Wie war das? Uh, kann denn die da alle? Cool. Hat das funktioniert? Nee. Ich nochmal. Jetzt geht's. Ach so, ich kann die Ziege nicht zählen. Sie ist nicht gut genug zum Ziegen zählen. Okay. Muss ja nicht sein. Wenn auch andere die Begleiter mitnehmen. Ja. Dann wissen wir mal, ob wir die Wölfe mitnehmen können. Das wäre doch auch interessant. Ansonsten nehmen wir die beiden Robohühner mit. Ja. Das hat funktioniert. Ups. Jetzt haben wir noch ein Hündchen. Sieht zwar aus wie ein Wolf, ist aber ein Hund. Okay. Die kann nur ein Tierbegleiter haben. Aber ist eh cool. Weil Abraxe hat jetzt hier quasi die kritische Trefferkatze. Den Ausweichenpapagei. Und den Präzisionsschlag. Hey, warte mal. Das ist auch eine Katze. Was ist denn das? Auch eine Katze. Aber ich habe doch noch einen Huhn dabei. Jetzt kenne ich mich nicht. Was kriegt man für den Wolf? Kampfgeschwindigkeit. So, leveln wir sie mal hoch. Zack. Mechanik könnte sie. Die ist sogar besser als Fallen Crusader. Könnte sich Fallen Crusader auf andere Sachen spezialisieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, und Scharfschützen kann man, glaube ich, nie genug haben. Dann mache ich sie jetzt zur Supermechanikerin, aber auch zu sehr guten Scharfschützen. Ja, machen wir es so. Ah, aber Nova, wenn mich nicht alles täuscht, auch unser harter Hund, ne? Das hat jetzt, glaube ich, gar keiner mehr. Oder war der Arschkriecher, nee, Arschkriecher war er nicht, aber irgendwas war. Eben. Egal. Da muss ich aber schon ein bisschen drauf achten, dass ich wieder alles im... Tauschhandel ist eher wurscht. Ja. Hm. Ah ja, hinterhältiger Scheiß war der. Da haben wir jetzt Gottschmau immerhin mit. Ja, nee, wir haben zumindest tatsächlich alles so ein bisschen abgedeckt mit unserem derzeitigen. Cool. Marierou. Höchst. Ich eine Runde lang nicht bewege. Na gut, meine Schützen. Wie nie das. Okay, cool. Ganz neues Team. Ganz neues Glück. Und ich schätze mal die ersten Ausrüstungsgegenstände. Rezept entdeckt. Laserturm. Wo kommt denn das jetzt her plötzlich? Was? Was ist ein Laserturm? Ein Laserturm. Wirklich? Ich find den nirgends. Ah, Laserturm. Uh, das ist so eine neue Falle. So ein Einsatzobjekt. Ach, das ist cool. Und da könnte ich ein paar davon herstellen. Drei Stück. Mach ich. Könnte gut sein. Oh, warum hat denn sie eigentlich drei Ausrüstungsplätze? Im Gegensatz zu allen anderen. Beihaben. Wird ja immer besser. Pass mal auf. Ich wollte nämlich hier. Hat doch sogar einen Bonus für so Einsatzobjekte. Aber wo sind jetzt die Lasertürme, die ich hergestellt habe? Habe ich die nicht hergestellt? Doch. Vielleicht, weil sie neu sind. Ja, die kann er aber nicht benutzen. Dafür braucht man mehr Mechanik. Aber. Oh. Ah doch. Wollte gerade sagen. Warum sind die immer noch rot? Aber sie kann die benutzen. Dann kriegt sie die drei Lasertürme mit. Ah, diese Anzeigen. Dass die immer so spinnen müssen. Hier mal noch ein Stimpack mit. Oh, du hast jetzt keine Stimpack. Naja, gut. Okay. Das so passt. Okay. Jetzt aber. Jetzt gehen wir aber wieder auf Abenteuer mit unserem neuen Team. Sato ist mein Hero. Was? Braucht er auch noch Hilfe? Ah ja. Oh mein Gott. Rangers. Ich dachte, ich war tot. Mein Vater und ich brauchen Hilfe. Diese Psychopathen haben uns geholfen. Aber wenn wir uns an uns kommen, dann werden sie explodieren. Stimmt. Die habe ich ganz vergessen. Ähm. Warum hast du uns gerufen? Wer würde sowas tun? Raiders? Raiders? Ja gut, schauen wir uns die Bombe mal an. Nein! Die Fallsafe! Du musst beide Bomben auf dem gleichen Zeitraum verbrechen. Oder sie werden explodieren. Schau jemanden an meinen Mann, bitte. Oh, danke. Aber was mache ich denn jetzt mit... Soll ich jetzt wirklich mal hier Leute stehen lassen? Sie ist Sniper Wolf, fällt mir grad auf. Jetzt. Das ist ja cool. Aha! Es war eine Falle. Ah, ich hab's geahnt. Aber das finde ich auch ziemlich blöd für die. Weil ich meine, guckt euch mal an. Wir haben jetzt auch 100.000 Amin-Begleiter und so. Unsere Verbündete sind jetzt quasi überall. Die greifen grad die ganze Basis an. Ah! 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 Unser grauer Klon kämpft auch mit. Sehr schön. Na dann! Das ist ja jetzt gemein. Sie hat nämlich jetzt voll wenig Aktionspunkte. Sie hat gleich mal einen echt harten ersten Kampf erwischt. Das ist schon echt mies. Dolem kann sie gar nicht angreifen und hat sehr viel Bewegungspunkte. Er geht jetzt gleich mal in Position, um der neuen zu helfen. Die beiden, also die, die ist echt krass, diese Isabelle Reed. Heftig. Aber habt ihr gesehen, was da für ein Elektro-Bogen durch die Luft geflogen ist? Was ist das Gewehr, das wir da haben? Cooles Gewehr. So. Dann würde ich sagen, hacken wir mal. Ach, das sind Sägewellen. Ach, guck. Jetzt ist es. Ja, das ist jetzt ungünstig mit der Schrotflinte. Aber dafür hat er ja auch ein Schild dabei, ne? Hau drauf! Besser! Komm schon! Jawohl! Okay, das ist jetzt, wie gesagt, echt mies hier für sie, aber hilft dir nix. Nicht genug AP, nicht mal genug AP zum Schieben. Wir können nur in Deckung gehen und hoffen. Na ja dann, hilft nix. Abraxe könnte noch schießen, aber ich bringe nur meine eigenen Leute um, wenn ich jetzt auf die schieße. Deswegen. Gehen wir mal da runter. Wahrscheinlich reicht es von der Reichweite her nicht. Echt, überhaupt nicht. Aber. Ja, guck mal hier. Guckt euch mal die Badass-Höldner an, die auf Synth-Jagd sind und so auf Pool tun. Jetzt, wo ihr der Kampf ausbricht, sitzen da alle vier und zittern. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Wie viel von den Dingern haben die denn bitte? Oh no! Wir müssen für alle in der Bahn steigen. Wir müssen für alle in der Bahn steigen. Wir müssen für alle in der Bahn steigen. Oh no! Glück haben die halt hier einfach ne ganze Armee, ne? Hey, Bief! 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 Schaden, glaube ich. Oder blitzt nur der Roboter, wenn er getroffen hat. Ja. Der Klon haut gut rein. Der Klon ist cool. Guter Klon, den wir da haben. Na dann. Warte mal. Ne. Okay. Ja, ganz schön verböbelt. Wow. Wie der mit dem so genau zielen kann, würde ich gern wissen. Aber Hauptsache, er trifft wirklich nur die Isabelle. Das gibt's doch nicht. Wie oft kann man denn daneben schießen? So oft wie so ein betrunkener alter man daneben hauen kann, würde ich sagen. Was ist derart? Na ja. So oft. Danke, du blödes Geschütz, du. Jawohl, unser Klon boxt gleich mal weg. Major Tomcat, lauf doch nicht durchs Feuer. Schau, jetzt brennst du. Ist ja voll blöd. Ach komm. Ja, den ersten haben wir. Also die neue Waffe ist schon cool von ihm. Auf jeden Fall. Ja, komm schon. Du schaffst es. Katschmau. Yes. Katschmau hat es drauf. Ah, ich wollte nicht plündern. Ich wollte überhaupt nicht plündern. Wir kriegen erstaunlich viel Elektrogegenstände. Ja, bei dir so viel... Oh, ich hab da grad Reeds Brief. Oh, wir haben so viel, der muss ich nachher im Inventar schauen. Die Schriftrolle ist gut erhalten, sieht aber auch ziemlich abgenutzt aus und war den Elementen ausgesetzt. Eine dekorative, jedoch auch etwas beunruhigende Randverzierung und neunt eine zeremonielle Verkündung vakanter Handschriften. Okay. Nell, speichern. Jetzt nicht mehr brennen, bitte. Also, jetzt passt mal auf. Wir haben einen neuen Flammenwerfer bekommen, der aber, glaube ich, nicht so gut ist wie unser jetziger. Äh. Äh. Ne, ist er nicht. Dann haben wir hier eine stumpfe Waffe. Die tatsächlich besser ist als die jetzige. Die hat einen besseren Minimalschaden. Dafür weniger Trefferchance. Ah, das gefällt mir gar nicht. Keine kritische Trefferchance. What? Minus 100% kritische Chance. Aber es ist halt Elektro, ne? Vor allem, weißt du was, das ist sehr gut. Nehmen wir als Sekundärwaffe. Dann haben wir jetzt eine Elektro-Nahkampfwaffe gegen... Major Hotcat. Da-da. Äh. Dann haben wir eine Elektro-Nahkampfwaffe gegen Roboter und so weiter. Und... Einen... Weiß ich nicht. Knüppel mit einer Klinge oben gegen Menschen. Menschen sind... So. Mehr Stärke. Ausgezeichnet. Mehr Nahkampf. Wir müssen jetzt was in Nahkampf. So gern ich Schlösser knacken und Toaster reparieren mag. Wir brauchen mehr. Hey. Alle leben noch. Alles gut. Alles gut gegangen. Papagei, Wolf, Topcat. Was ist denn noch da? Gut. Ähm. Wir bräuchten vielleicht mal kurz unseren Heiler. Ups. Nicht angreifen. Heil mal den Erwachsenen. Und... Heil auch gleich mal unseren neuen alten... Quatsch. 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 Quatsch, Guy. Quatsch, Moe. Quatsch. Quatsch. Quatsch, Moe. Okay. Hier zu servieren. La, 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 la. Gut gemacht, Leute. Habt ihr, habt ihr gut gemacht. Und ihr seid echt ganz schöne Feiglinge. Ihr Badass-Söldner, ihr. Gut, gut. Geh mal auch noch da lang. Weil wenn wir jetzt hier schon eine Nebenmission in unserer Basis hatten... Da kann ich mich jetzt noch mal gucken. Aber hier ist... Okay. Hier ist nur nix. Ja, dann Team. Weltkarte. Schauen wir mal, was wir jetzt eigentlich schon als nächstes machen. Wie lange streamst du eigentlich noch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab mir jetzt gar nix vorgenommen. Die Merlin ist jetzt gerade noch mit der Arbeit unterwegs. Ich glaube, wenn die heimkommt, dann hör ich auf zu. Also, keine Ahnung. Geh mal gegen die Kommi-Gang, die unsere Gemeinde verhindern. Sie wollen unsere Öl-Zitizenden, die ist das Lebensblut der Freiheit. Geh mal gegen den Kampf. Und helft uns, dass wir einen für den Giffen gewinnen. Ja, jetzt muss ich kurz in unseren Mission-Log schauen. Was haben wir denn für Hauptmission, Sekundärmission Wolfsjagd? Den Sünd, der sich in der Innenstadt von Colorado Springs... Ah, ich will jetzt nicht in die Innenstadt. Ich finde jemanden, der... ...der... 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 ...werkstatt. Mhm. Alter Monster-Armee-Bunker-Gieb... ...ne... ...okay, dann... ...ach ja, genau. Da müssen wir jetzt, glaube ich, leider doch nochmal zurück. Ich wäre gerne ein bisschen draußen in der Welt rumgefahren, aber ich glaube, wir müssen nach Colorado Springs. Da haben wir jetzt gleich zwei Missionen. Hier neben und eine Hauptmission. Ich meine, wir könnten auch einfach ein bisschen erkunden auf eigener Fall. Gut, das machen wir auch. Aber solange wir jetzt noch hier sind, dann wird es noch kurz nach Colorado. In die Innenstadt, würde ich sagen. Und gucken mal. Hallo, der J. Wie geht's? YouTube-Videos großartig. Vielen Dank. Teil 3 und Polat 4. So. Ach so, ich verstehe. Teil 3 der, 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 ähm, Danich Bora, genau. Wie gewohnt großartig. Dankeschön. Freut mich, dass es dir gefallen hat. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist eigentlich, mit dir kann ich dich rekrutieren? Vielleicht nicht. Also hier irgendwo soll diese, ähm, Mama, was weiß ich. Glaub ich. Ah, Mama Cotta. Ja, will ich ja. Wir haben am Bissar ein paar Flüchtlinge gesehen. Die sagen, dass du Schmuggler angeheuert hast, um Colorado Springs zu. Ich hab mit einem ihrer schmutzigen, lustigen Nägel, einem vergilbten Zahn. Vielleicht so. Wo sind die Flüchtlinge jetzt? Wir sind auf dem Weg hier, ja. Wir haben ihnen eine Fahrt auf einer Karawane bezogen. Ha, Lawkeepers with a conscience? Well, shit. I wouldn't have guessed it. Nah, nah. I owe you for keeping those refugees safe. Ain't nobody else around here who's willing to lift a finger for them. So, ähm, what's it gonna be, hm? You know I was breaking the city's law. Conspiring with Smugglers and all that. You gonna haul me in? Gaube, ehrlich gesagt, nicht... ...dass ich sie jetzt verhafte. Ich verstehe die Situation ehrlich gesagt, in der wir hier sind, hier. Weil die Schmuggler hab ich umgebracht. Die haben mich eingegriffen. Und die hatten die Flüchtlinge eingesperrt. Denen ging's scheinbar nicht gut. Ich hab die gerettet und quasi dann finanziert, Geld gegeben und die dann hierher gebracht. Okay. Aber... Im Endeffekt... ...müssen die Flüchtlinge ja hierher kommen, weil sonst verhungern die irgendwo. Aber halt nicht unter den Bedingungen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich mit ihr jetzt umgehen soll. Willst du jetzt nicht sagen, ja, ja, doch, doch, wir decken dir den Rücken. Schmuggel die weiter. Wenn's unter den Bedingungen passiert, unter denen es passiert ist. Ich würd's ja auch verhaften. Aber das... Da, 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 da ist niemandem geholfen. Nie wieder schmuggeln, das... Weißt du was? Wir sind auf deiner Seite. Hilf dem Flüchtling. Wir drücken beide Augen zu. Aber bitte bessere diesmal. Hm, das ist ja cool. Wir sind auf deiner Seite, dass wir ein paar Mechaniken auf der Basis haben. Und du, Rangers? Geh mir vor, meine Mädchen. Sie sind besser Mechaniker, als sie Konversationalisten. Und sie werden deine Trucke riechen wie Mountainlions. Ich hoffe, dass sie dir eine große Hilfe werden. Yes. Yes. Bobby? Jesse, Jimmy. Gather up your things. Jetzt ist unsere Werkstatt voll einsatzfähig. Wie awesome ist das eigentlich? Jetzt können wir ein bisschen mehr in unserem Auto rumbasteln. Ah, das ist toll. Das Spiel ist schon ziemlich toll. Colorado Springs. Wir haben drei neue. Ich habe gute Nachrichten. Es gibt neue Geräte, die nächste Zeit, wenn du da bist. Das ist eine große Veränderung über das Basis, die wir vorhin hatten. Ich kann mich nicht bewegen während des Dialogs. Das ist gleich schon mal bei euch. Ich möchte die gefallenen Ranger ähren. Er ist fast fertig, aber er würde gerne wissen, wer wir diese Statue anzunehmen wollen. Guten Tag, November. Wir machen sicher, dass die Ranger wissen, dass sie erinnert werden werden, wenn das Schlimmste zu passen. Das kann die Kamerademie verbessern. Ich werde es überlegen. Über und aus. Eine Statue für den Patriarchen werde ich bauen. Wir haben eine Geschäftsvereinbarung. Da werde ich mich auch halten. Aber er ist nicht mein Freund. Ganz und gar nicht. Er sitzt da in seinem Palast und sagt, ja, ja, irgendwann machen wir vielleicht mal hier eine Demokratie. Aber so lange bin ich jetzt hier noch Diktator. Ja, ja. Na klar. Die Leute sind noch nicht bereit für eine Demokratie. So, da la. Schauen wir mal. Hey, jetzt, Rangers. Es ist gut, dass Sie sich sehen. Liegen neuerdings überall Bierflaschen rum, aber gut. Ihr habt einen schönen Ort hier. Gut für die Arbeitsmoral ist. Wie habt ihr euch eingelebt? Ich kann nicht schlafen. Es gibt viel Platz hier. Viel Platz für die Entwicklung. Wenn wir daran arbeiten, wird das ein wahnsinniges Ort sein. Wir können sogar ein paar leuchtenden Bedrohungen über die Garage bauen. Geh meine Mutter hier hin. Was habt ihr vor? Just setting up right now. I hope you don't mind the fact that we've added our own little touches to the place. Wir wollen was kaufen. What, sure. 12% Rabatt. Schauen wir mal. Ein großer, verdammter, hält Ranger-Stern für Eine Hühnchen-Verzierung. Ranger überqueren die Straße, wann immer sie wollen. Ich finde das gut. Die Nashorn-Kanone. Eine große Monster-Kanone, die explosive Granaten abfeuert. Neues Fahrgestell. Leichte Fahrzeugpanzerung. Felix-Geschütz. Ah, ich hätte gern alles, aber das ist ganz schön teuer. Das siehst du, das siehst du. Kauf mal das. Wie ist das teuer? Dann kaufe ich die Panzerung. München. 18 bis 24 mal 30. Kann überhaupt nicht einschätzen. Ach, wisst ihr was? Ich kaufe das auch und das auch. Dann sind wir halt ziemlich pleite, aber dafür können wir in unserem Auto rumbasteln, wie wir wollen. Schauen wir mal. Okay. 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 Okay, weil das Standard-Ding, das wir da hatten, ist wirklich echt schlecht im Vergleich zu allem anderen. Konstitution 300. Aha, ich verstehe. Das da ist einfach eine noch bessere Version. Jetzt ist er quasi bliffen und neu lackiert oder so. Ah, und leider, leider, finde ich wirklich schade, ist die Gatling, die ich da gekauft habe, quasi eine einfach bessere Version von der Clowns-Kanone. Hi, Lord of Skills. Wie geht's? Bei mir ist alles gut. Wobei, die Clowns-Kanone braucht nur vier Aktionspunkte und die sechs. Das ist ein Argument, weil die Clowns-Kanone kann zweimal schießen. Andererseits hätten wir dann natürlich jetzt auch die Nashorn-Kanone. Explosive Geschosse schießt. Aber ich glaube, ich bleibe bei der Clowns-Kanone. Die haben wir noch nicht einmal im Einsatz gesehen. Insofern müsste man das echt mal machen. Outer Worlds habe ich gar nicht so lange gespielt. Ich fand's irgendwie... Hat's mir nicht gefallen, leider. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber leider hat's mir... Oh, guck mal, das ist ja schön. Schauen wir ein bisschen Müll dran. Leider hat's mir nicht so wirklich gefallen. Hat mir nicht so wirklich Spaß gemacht. Schade, ey. Ich hab viel erwartet. Vielleicht auch deswegen. Ich würde sagen, wir hängen ein silbernes Hütchen vorne an uns. Nice. Ja. Langsam wird unser Killdozer zum... Killdozer. Ja. Ey, hier sind irgendwie neue Kisten. Wir haben anscheinend neuen Loot in die Werkstatt mitgebracht. Den werde ich ihn gleich mal klauen. Meinen neuen Mechanikern. Die werden sich freuen. Dankeschön. Zeugs. Julio. Na gut, Leute. Ich hab vorher schon gesagt, dass wir aufhören, wenn die Merlin heimkommt. Die ist jetzt vorher gerade heimgekommen. Deswegen machen wir jetzt auch für heute Schluss, würde ich sagen. Aber voll cool. Voll cool. Wir haben heute viel geschafft. Wir sind weitergekommen. Das war ziemlich lustig. Ich mach jetzt nochmal ein richtiges Savegame. Ich bin gerade... Ich mein, Disco Elysium müssen wir unbedingt auch weiterspielen. Aber ich glaube, ich hab gerade echt Bock auf Wasteland. Ich glaub, nächsten Dienstag machen wir mit Wasteland weiter noch ein paar Stunden. Wahrscheinlich. Entschuldigung, spontan, aber ich hab gerade echt Bock drauf. Also, könnte gut sein. Ja, schau dir mal was an zu The Outer Worlds. Manche finden es super. Ich fand es irgendwie... Ey, ich weiß es wirklich nicht. Es hat mich nicht gehuckt. Ich hab sogar eine ganze Zeit lang gespielt. Aber dann hab ich einfach das Interesse verloren, leider. Ich find die Begleiter teilweise ganz cool. Und die persönlichen Storys von den Begleitern. Die mochte ich gerne. Aber alles andere hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Naja. Aber muss man sich vielleicht auch wirklich mal selber einen Eindruck verschaffen. Ich glaub, das ist auch viel Geschmackssache. Einfach. Na, schönchen, Leute. Dann sag ich jetzt gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Nächste Woche geht's dann hier am Dienstag um 18. Oder vielleicht schon 17 Uhr. Mal schauen. Weiter. Na, schön. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.